Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 156 vom 6. September 2019. Wie immer auf dieser Seite am Mikrofon Philipp Banse. Und auf der anderen Seite Ulf Burmeier, ich bin Jurist aus Berlin, der Philipp ist Journalist und Podcaster und wir begrüßen euch zu unserer im Prinzip wöchentlichen Zusammenfassung des politischen Lebens in Deutschland und der Welt. Und wir beginnen das wie immer mit so ein paar Hausmitteilungen, nämlich mit einem großen Dankeschön. Wir hatten am vergangenen Samstag eine glühend heiße Lage live im Audimax der Universität Hamburg und das war wunderschön. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die da waren. Ausverkaufte Show für über 1100 Leuten und wir hatten einen Riesenspaß im Saal und hinterher noch schön Après-Ski irgendwie an der Bierbude und in der Ponybar und so. War ein sehr schöner Abend, wie gesagt, ganz herzlichen Dank, dass ihr das zu einem so schönen Erlebnis gemacht habt. Genau, also Feedback, was wir da mitgenommen haben, das bauen wir auch in dieser Sendung noch ein, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Dann hatten wir von der Umfrage gesprochen, die ist jetzt beendet, braucht ihr nicht mehr mitmachen. Da haben fast 10.000 Leute von euch mitgemacht, sensationell. Vielen, vielen Dank dafür und das wird sicherlich interessante Ergebnisse für uns bereithalten. Da bin ich ganz sicher, die Auswertung läuft und da werden wir euch dann in den nächsten 1, 2, 3 Wochen irgendwie drüber informieren, was dabei denn rumgekommen ist. Genau und außerdem möchten wir euch nochmal hinweisen darauf, dass wir ja auch ein Newsletter haben. Da kündigen wir zum Beispiel die Lage Live Shows an, also falls ihr die Lage nicht jede Woche hört, dann verpasst ihr auf diese Art und Weise nicht, worum es geht. Oder wann es mal wieder eine Lage Live gibt, diesen Newsletter könnt ihr abonnieren unter lagedernation.org slash Newsletter. Lagedernation.org slash Newsletter. Freuen wir uns sehr, wenn ihr euch da reinklickt, haben inzwischen schon etwa 5000 Leute gemacht. Insofern willkommen im Club, damit ihr keine Lage verpasst und insbesondere keine Lage Live Show, weil die ja normalerweise relativ fix ausverkauft sind. Genau und zum Schluss noch der Hinweis auf unseren Shop, da gibt es halt T-Shirts, ihr kennt das, das sind nette Sachen, habe ich zu Hause auch stehen, könnt ihr vorbeigucken, Link gibt es in den Shownotes oder Küchenstudio schrägstrich Shop. Ja, so viel quasi in eigener Sache, jetzt aber hinein in die politischen Ereignisse in der vergangenen Woche und das waren in Deutschland natürlich vor allem die beiden Landtagswahlen. Brandenburg und Sachsen haben gewählt und wir hatten das in der vergangenen Folge kurz nur angedeutet, weil ja die meisten Menschen die Lage der vergangenen Woche wahrscheinlich gehört haben, als die Wahlen schon gelaufen waren. Jetzt können wir wirklich mit harten Fakten aufwarten, denn in der Tat ist es so gekommen, wie auch die Demoskopen erwartet hatten. Die Union und SPD, die in beiden Ländern in der Regierung waren, die Union in Sachsen gemeinsam in einer Koalition mit der SPD und die SPD in Brandenburg in einer Koalition mit der Linken. Beide großen, jedenfalls ehemaligen Volksparteien haben massiv Stimmen verloren. Die Union in Sachsen minus 7 Prozent, die SPD in Sachsen minus 4 Prozent und die SPD steht damit bei 7,7 Prozent. In Sachsen muss man sich reintun. Das sind Zahlen, die man sonst eher von der FDP kennt. Also das ist für die SPD ein echter Schlag ins Gesicht und es bedeutet politisch, dass die bisherige große, sogenannte Große Koalition in Sachsen nun ohne Mehrheit dasteht. Eine der zentralen Ursachen dafür ist das enorm starke Abschneiden der AfD, der sogenannten Alternative für Deutschland, die auf 27,5 Prozent kommt. Also über ein Viertel der Stimmen mit plus 17 Prozent. Und wenn man sich mal die sogenannte Wählerwanderung anschaut, also ein demoskopisches Verfahren, das zu ermitteln versucht, wie die Menschen quasi ihr Stimmverhalten geändert haben, dann sieht man, dass die AfD im Wesentlichen Stimmen gewonnen hat von den Nichtwählerinnen und Nichtwählern. Mit anderen Worten, Menschen, die bei der vergangenen Landtagswahl nicht in Sachsen zur Wahl gegangen sind, sind jetzt hingegangen und haben AfD gewählt. Und das sind nämlich 246.000 und von der Union hat die AfD weitere 83.000 geworden. Also das sind die beiden Wählerinnen und Wählergruppen, die jetzt zur AfD gewechselt sind. Und wie gesagt, die politische Konsequenz ist, Union und SPD können alleine keine Koalition mehr bilden in Sachsen. Sie müssten sich zusammentun und in Betracht kommen da eigentlich nur die Grünen. In Brandenburg ein ähnliches Bild, SPD bei 26,2, also knapp 6 Prozent verloren, verliert vor allen Dingen an Nichtwähler und wie das immer so schön heißt, an den Friedhof, weil einfach viele ihrer Wähler auch gestorben sind. Die Linke kommt auf knapp 11 Prozent, 10,7 verliert fast 8 Prozent und damit hat diese Koalition in Brandenburg dann auch keine Mehrheit mehr. Grund natürlich die Gewinne, die massiven Gewinne der AfD, die kommt auf über 23 Prozent. Das sind über 11 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Landtagswahl. Auch hier vor allem Gewinne durch Nichtwähler, die zur Wahlurne gegangen sind und von der Union. Die Union kommt in dem eigentlich SPD-Stammland auf knapp 16 Prozent, minus sieben Prozent. Also daher nun auch Krise in der Union. Ingo Senfleben ist am Freitag zurückgetreten, der Chef der Union in Brandenburg und macht damit den Weg frei für eine Koalition unter Beteiligung der Union. Ja, ganz genau. Ganz spannend. In beiden Ländern steht die Partei Die Linke nur noch bei etwa 10 Prozent der Stimmen, hat also in beiden Ländern rund 8 Prozent Punkte verloren. In beiden Ländern ist damit Die Linke von den Stimmanteilen her fast halbiert worden. Die Wählerinnen wechseln, wenn man sich das mal anschaut, zu Union und AfD. Damit wird die AfD die neue Regionalpartei des Ostens, muss man sagen. Und wir werden gleich noch ein paar spannende Fragen oder uns die spannende Frage stellen, warum denn die Linke derart bluten muss und warum denn die AfD gewinnt. Da haben wir einen ganz spannenden O-Ton rausgekramt. Interessant ist außerdem noch zu betrachten, dass die Wahlbeteiligung in beiden Bundesländern deutlich gestiegen ist. In Sachsen immerhin von 49 auf 66 Prozent, also ein richtiger Sprung nach oben und der beste Wert seit den ersten freien Landtagswahlen im Jahr 1990. Und auch in Brandenburg sind deutlich mehr Wählerinnen und Wähler diesmal nicht zu Hause geblieben. Da stieg die Wahlbeteiligung von 47,9 auf immerhin 61 Prozent. Ja, und das wird ja immer so als Lichtblick verkauft. Also die Wahl unterm Strich wird so beurteilt, ja, mit einem blauen Auge sind die Demokraten davongekommen. Und besonders toll ist doch, dass die Wahlbeteiligung so nach oben gegangen ist. Ist der Demokratie nicht die eigentliche Gewinnerin der Wahl? Ist das nicht ein belebendes Element? Und da, glaube ich, kann man sagen, sagen wir mal, die Nachteile überwiegen. Ja, es ist schön, wenn die Leute zur Wahl gehen, immer gut. Aber hier ist der Schaden doch erheblich, der dadurch eingetreten ist. Ja, ganz genau. Denn der extrem hohe Stimmenanteil ist eben vor allem zugunsten der AfD gegangen. Und das kann man einfach nur noch alarmierend nennen. Und zwar insbesondere dann, wenn man sich anschaut, wer denn eigentlich die Leute an der Spitze sind. Da ist zum einen Andreas Kalbitz, der AfD-Spitzenkandidat in Brandenburg. Und der hat eine außerordentlich blühende Vergangenheit, eine illustre Vergangenheit, möchte ich fast sagen. Er war nämlich zum Beispiel 2007 bei einem Lager der Neonazi-Vereinigung Heimattreue Deutsche Jugend dabei. Diese Truppe wurde dann 2009 wegen verfassungsfeindlicher Bestrebungen verboten. Im selben Jahr reiste der Kalbitz mit einer ganzen Truppe nach Athen. Und diese charmante Reisegruppe ließ dann eine Hakenkreuzfahne vom Hotel Balkon baumeln, bis die griechische Polizei dem Spuk ein Ende machte. Und Andreas Kalbitz, das war jetzt alles 2007, kann man sagen, ist ein paar Jahre her, Jugendsünden. Aber es gibt doch erheblichen Zweifel daran, ob Herr Kalbitz seine Position wirklich verändert hat. Denn er hat vor kurzem mal bei einer Veranstaltung den folgenden Satz gesagt, wir wollen kein Stück vom Kuchen, wir wollen die Bäckerei. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir doch so ein bisschen das Lachen im Halse stecken geblieben. Denn ich musste da nochmal denken an dieses Zitat von Josef Goebbels, was wir in der vergangenen Woche mal zitiert haben. Wo der spätere Propagandaminister und Chef-Agitator der NSDAP so ein bisschen das Programm skizziert hat. Und zwar öffentlich interessanterweise im Völkischen Beobachter, wo er eben dargelegt hat. Letztlich derselbe Kontext. Ja, letztlich derselbe Kontext. Und es ging da eben auch darum, der ganze Beitrag im Völkischen Beobachter hatte so diesen Spin. Naja, wir nutzen die Möglichkeiten, die die Demokratie bietet, um die Demokratie fertig zu machen und kaputt zu machen. Wir kommen quasi im Schafspelz, aber wir sind eigentlich die Wölfe. Das war so ein bisschen der Spin da. Genau, und Jörg Orban ist so ein anderer Mensch, den man hier mal skizzieren muss. Der ist Landesvorsitzender der AfD in Sachsen. Der hat den Satz gesagt, ein Volk kann nur die eigene Einigkeit und Freiheit bewahren, wenn es weitgehend homogen bleibt. Das ist mindestens völkisch, wenn nicht auch rassistisch. Jörg Orban, so wird er weiter zitiert, möchte gern das Zitat derzeitige Regime zum Einsturz bringen. Und das sind führende Vertreter der AfD, aber dieser sogenannte Flügel, der vom Fassernschuss beobachtet wird, der ist halt im Osten die prägende Strömung in der AfD geworden mit Björn Höcke als sozusagen inoffiziellen Vorsitzender. Das hat ja keine richtig formale Struktur, dieses Ding. Kann man nicht Mitglied werden, könnte man nur so ein Manifest unterschreiben. Und da steht auch im aktuellen Spiegel, finde ich, ein durchaus lesenswerter Artikel drin, wie die Extremisten und die wirklich Ultrarechten in der AfD im Osten, aber auch im Westen immer weiter auf dem Vormarsch sind. Und all die in der AfD, die diesen wirklich extremen Leuten noch irgendwas entgegensetzen wollten, was man irgendwie vielleicht noch konservativ nennen könnte, die sind auf dem Rückzug, treten aus oder werden rausgeschmissen. Christian Stöcker hat das ja auch geschildert. Ja, das ist ganz interessant. Das ist eine Kolumne, die Christian Stöcker in der vergangenen Woche geschrieben hat. Der war lange Zeit Journalist beim Spiegel, ist inzwischen Professor in Hamburg, ich glaube auch für Journalismus. Und der hat eine ganz interessante Analyse geschrieben, denn er vertritt die Auffassung, Kalbitz-Urban, die wir beide gerade zitiert haben, und eben Höcke, der Dritte im Bunde von den Spitzenleuten in dieser Flügelbewegung der AfD stehen, so Stöcker, für den wahren Kern der Partei AfD. Und er schreibt, ideologisch sei man sich in diesen Kreisen völlig einig mit Nazis, es gäbe ein deutsches Volk. Und zwar ist dieses deutsche Volk nach Position oder nach Auffassung der Flügelleute genetisch definiert, also Rassismus pur. Und dieses deutsche Volk sei besser als die anderen Völker und es müsse deswegen verteidigt werden, und zwar durch die Selbstvernichtung durch Multikulti-Propaganda. Das alles natürlich in Anführungsstrichen, das sind Zitate von Andreas Kalbitz. Und Stöcker schreibt noch dazu das Wort Aria, was also quasi der Begriff der Nazis war für Menschen, die sie genetisch für höherwertig gehalten haben. Das benutzen die AfD-Oberen lieber nicht, aber das ist im Grunde reine Kosmetik. Stattdessen sprechen sie dann von Ethnodeutschen, aber gemeint ist natürlich das Gleiche. Ja, und die Frage ist natürlich jetzt, ich glaube, es kann relativ wenig Zweifel darüber bestehen, dass die wirklich Rechtsausleger und die Extremisten in der AfD, wenn nicht schon die Oberhand gewonnen haben, so doch dabei sind sie zu gewinnen und Flügel im Osten, das die prägende Bewegung ist. Und wie gesagt, die von uns genannten Führungsleute da keine Ausnahme sind, sondern versuchen nach außen so eine halbwegs bürgerliche Fassade aufrecht zu erhalten, aber nach innen dann doch wirklich hart, ich würde sagen, na, rechtsradikal sind. Und die Frage ist, wieso wählen Leute diese AfD? Ja, genau. Sind die Wähler alle Nazis? Ja, das… Und ich würde sagen, nein. Also ich glaube nicht, dass sie Nazis sind. Also das sind, das rechtfertigt nicht, dass sie die AfD wählen, aber die Motive, warum diese Leute, das macht die Entscheidung nicht besser, aber die Motive, warum sie wählen, sind nicht, dass diese Leute Nazis sind. Also gut, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Wir hatten hier vor einigen Wochen in der Lage schon mal diese sogenannte Mitte-Studie zitiert, also eine Studie, die im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, der SPD-nahen Parteistiftung zustande gekommen ist. Und diese Mitte-Studie vertritt ja so die Auffassung, dass eben Rechte und rechtsradikale Tendenzen eben gerade nicht so radikal im Aufschwung sind, sondern dass es einfach traditionell fast schon in der bundesdeutschen Gesellschaft so einen Bodensatz von sieben, acht, neun, zehn Prozent von Leuten gibt, die einfach krasse rechtsradikale Tendenzen vertreten. Aber das ist natürlich deutlich weniger, als die AfD zurzeit Stimmenanteile erringen kann in den neuen Bundesländern, den sogenannten. Und parallel dazu bröselt die Linke dramatisch ab. Also wir haben es eben skizziert, sie hat sich in Sachsen und Brandenburg fast halbiert. Und dazu haben wir, wie gesagt, einen Tipp bekommen von einem Leser oder Hörer vielmehr, einem Lagehörer, der uns einen ganz spannenden O-Ton empfohlen hat, nämlich ein Interview von Katja Kipping, ihres Zeichens linken Vorsitzender, mit WDR 5. Und da wollen wir mal einen Ausschnitt spielen. Und als jemand, der wirklich mit unzähligen Menschen im ländlichen Raum, im Plattenbaugebiet, also dort, wo es auch echt wehtut, wo man den Unmut direkt spürt, immer wieder direkt gesprochen habe, würde ich gerne mal versuchen, Ihnen und Ihren Hörern die Stimmung im Osten zu verdeutlichen. Es gibt sozusagen 30 Jahre lang, haben Leute auch die Linke gewählt, weil sie Protest und Unzufriedenheit ausdrücken wollten. Das war aber Ihnen immer klar, dass es ein Protest ist, der voller Achtung gegenüber der Demokratie ist. Und jetzt haben Sie aber die Erfahrung gemacht, egal wie oft Sie uns wählen, im Bund gibt es immer eine Mehrheit im Bundestag, die unsere guten Vorschläge blockiert. Und das hat, glaube ich, bei vielen zu einer Hoffnungslosigkeit geführt, für die nicht wir die Verantwortung tragen, sondern alle bisherigen Bundesregierungen, weil die immer unsere Vorschläge blockiert haben. Und nachdem die Leute 30 Jahre lang gemerkt haben, egal, ich wähle die Linke, und trotzdem gibt es noch Hartz IV, hat bei einigen ein Mechanismus gegriffen, so nach dem Motto, okay, dann muss ich jetzt auf eine Form von Protest setzen, die so richtig wehtut. Und natürlich tut der Protest, der über die AfD ausgedrückt wird, deswegen mehr weh, weil es ein Protest voller Verachtung gegenüber der Demokratie ist. Das ist natürlich eine Sache, die wir nicht anbieten können. Natürlich müssen wir uns als Linke fragen, wie wir widerständiger sind, und wie wir soziale Konflikte hochziehen. Ich finde, dass in Berlin das sehr gut gelingt, am Beispiel Mietendeckel. Das sind auch Fragen, die wir uns kritisch stellen müssen. Aber es ist halt so einfach zu sagen, wir müssen einfach sozusagen nur mehr transaktieren. Es braucht eine andere Bundespolitik. Also ich finde, da sind ein paar wahre Sachen drin und ein paar Sachen, die ich schwierig finde. Also nur zu sagen, wir Linken sind abgeschmiert, weil die anderen nicht auf uns gehört haben, weil wir keine Mehrheit gefunden haben. Also maybe mag als Selbstanalyse, wenn sie beruhigt, okay sein, was ich ein bisschen einfach finde. Was ich aber überzeugender finde, ist, dass es hier um eine Protestwahl geht. Dass sich in den letzten 30 Jahren seit der Wiedervereinigung auf der faktischen Ebene vieles zum Guten geändert hat. Geringe Arbeitslosigkeit etc. Also regional unterschiedlich. So pauschal kann man das, glaube ich, nicht sagen. Aber ja. Aber unterm Strich ist es schon gerade im letzten Jahr nach oben gegangen. Aber trotzdem ist der Verdienst in diesen ehemaligen DDR-Bundesländern immer noch niedriger. Trotzdem sind die Renten niedriger etc. Da gibt es immer noch große Unterschiede. Und ich kann verstehen, was ich verstehen kann, ist, dass es nach diesen ganzen Erlebnissen auch mit der Treuhand eine psychologische Ebene bei vielen Leuten gibt, die nicht gespielt ist, die echt ist, wo sie enttäuscht sind, wo sie frustriert sind, wo sie von ihrem Leben was anderes erwartet haben, wo sie sich, sagen wir mal, minderwertig fühlen oder vom Westen unter Politik als minderwertig behandelt fühlen. Das kann ich nachvollziehen. Das verstehe ich. Das ist der Punkt, wo ich sagen würde, ja. Da würde ich sagen, das kann man ernst nehmen. Was ich nicht verstehen kann und was ich nicht akzeptieren kann, ist, dass die Leute deshalb AfD wählen. Ich glaube, das, was du gesagt hast, es gibt diesen rechtsradikalen Bodensatz. Ja, das sind vielleicht irgendwie 10 Prozent, die wählen die AfD wegen Leute wie Höcke, wegen ihrer Ausländer- und Menschenfeindlichkeit. Okay, aber ein großer Teil, 20 Prozent, würde ich jetzt mal denken, wählt die aus Frust, weil irgendwie nichts passiert ist, weil es diese traumatisierte psychologische Ebene gibt. Wie gesagt, ich kann es verstehen, aber dieser trotzige Reflex ist, finde ich, eines Erwachsenen nicht würdig. Sondern ich verlange dann von diesen Leuten, dass sie anderes tun, als Rechtsradikale zu wählen. Das ist die eine Ebene. Oder was denkst du? Also ich finde zunächst mal, dass du etwas zu hart mit Katja Kipping ins Gericht gehst. Natürlich ist es, was sie schreibt, oder was sie da gesagt hat im Interview, ist natürlich so ein bisschen auch so eine Selbstentlastung nach dem Motto, wir armen Linken, wir hätten doch die Lösung gehabt und man hat nicht auf uns gehört. Das klingt erst im ersten Blick so ein bisschen billig. Ja, wenn man das parteipolitisch deutet. Aber wenn man jetzt mehr mal auf die politischen Entscheidungen in Berlin schaut, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist da sehr viel Wahres dran. Denn wir hatten im Grunde seit 1998, also seit Rot-Grün, eine jedenfalls in sozialer Hinsicht mehr oder weniger konservative bis erzkonservative Bundesregierung. Das sind die 20 Jahre der neoliberalen Reformen, wo es einfach für ganz viele Menschen, die nicht mit Millionen auf dem Scheckbuch oder auf dem Girokonto gesegnet sind, einfach eine richtig harte Zeit war. Weil die Lebensbedingungen in Deutschland haben sich einfach dramatisch verschlechtert, wenn man nicht zu den oberen 30 Prozent von Einkommen und Besitz gehört. Und da hat sie einfach einen Punkt. Ob die Linke da immer die richtigen Rezepte hatte, das weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls wurde eine Politik gemacht, die in sozialer Hinsicht mehr oder weniger von Ungerechtigkeit oder jedenfalls von Härten für die in Anführungsstrichen kleinen Leute geprägt war. Und dass das zu Frust führt, kann ich ehrlich gesagt sehr gut verstehen. Aber Philipp, ich bin auch bei dir, wenn du sagst, erwachsene Menschen müssen ihren Frust anders ausdrücken. Erwachsene Menschen können eben nicht einfach nur, weil sie frustriert sind, auf den Gedanken kommen, die Ausländer sind an allem schuld. Auch wenn in dem Dorf zum Beispiel, wo man lebt, oder auch in dem Landkreis, wo man lebt. Nicht ein einziger Ausländer. Also kein einziger ist immer so ein bisschen übertrieben, aber einfach so wenig Menschen mit Migrationshintergrund leben, dass die wahrlich nicht schuld sein könnten. Die sind einfach nicht schuld. Aber das kann man eben einfach von erwachsenen Menschen erwarten. Man kann außerdem auch von erwachsenen Menschen erwarten, dass sie so ein kleines bisschen darüber nachdenken, ob es wirklich eine Lösung ist, die Demokratie kaputt zu machen. Ob es wirklich eine Lösung ist, zum Beispiel den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen. Ob es wirklich eine Lösung ist, systematisch die Institutionen in unserer Demokratie kaputt zu reden. Ja, Justiz ist irgendwie angeblich korrupt und zu schwach und die Polizei tut nichts und die Parlamente sind eh alle korrupt. Ob das wirklich eine gute Idee ist, das kann man, glaube ich, von den Menschen schon erwarten. Also mit anderen Worten, ich glaube, die Lösung liegt in meiner Sicht, also Lösung, als wenn ich da jetzt das Patentrezept hätte, habe ich natürlich auch nicht. Aber ich glaube, Ansätze zur Lösung sind im Grunde, dass man differenzieren muss. Man muss, glaube ich, darauf schauen, wo die Menschen wirklich ein Problem haben. Wo es also wirklich Probleme gibt. Also ein Klassiker wäre aus meiner Sicht, Philipp, Infrastruktur im ländlichen Raum. Dass man sich irgendwie abgehängt fühlt, wenn die Supermärkte zumachen oder die Tante-Emma-Läden, der Arzt wegzieht, die Apotheke zumacht und irgendwie der Bus nur noch zweimal am Tag fährt. Dass man dann irgendwie das Gefühl hat, mein Dorf, meine kleine Stadt hier, die ist abgehängt, die interessiert keinen. Wir sind hier auf gut Deutsch der Arsch der Welt und keiner interessiert sich für uns. Das kann ich total verstehen. Und da müsste auch aus meiner Sicht Bundespolitik was tun. Aber es gibt eben auch andere Dinge. Ich habe gerade das Stichwort schon genannt, Angst vor Ausländern. Das ist einfach Bullshit. Das darf man aus meiner Sicht nicht ernst nehmen. Man muss da differenzieren. Genau. Aber das sind ja mehrere Ebenen. Das eine ist, du argumentierst jetzt auf einer faktischen Ebene. Es gibt sozusagen faktisch, objektive, messbare Probleme. Einkommensunterschiede, Abwanderung, öffentlicher Nahverkehr, Rentenunterschiede etc. Das ist richtig und das ist auf jeden Fall eine Richtung, das argumentieren wir hier ja auch immer, in die die Politik gehen muss. Investieren, Nahverkehr, Schulen, Bildung verbessern. Nicht nur, aber vor allen Dingen auch im Osten. Aber ich glaube, das reicht, das wird nicht reichen. Denn vielen im Osten ist es ja in den letzten Jahren durchaus besser gegangen. Die Einkommen sind nach oben gegangen. Die Arbeitslosigkeit ist in vielen Bereichen nach unten gegangen. Und trotzdem reicht es nicht. Und trotzdem sind die Leute frustriert und unzufrieden. Und ich glaube, es gibt diese emotional traumatische Ebene, die mag für uns wenig mit den realen Fakten zu tun haben. Als emotionale Wirklichkeit ist es aber eine Realität für diese Leute. Die denken sich das nicht aus, glaube ich, sondern die fühlen das wirklich. Ob wir das von außen nachvollziehen können, ob die Fakten so dem entsprechen, ist dann erst mal sekundär. Sondern dieser Frust ist eine emotionale Realität für diese Leute und die Parteien. Und wir müssen uns damit überlegen, wie wir damit umgehen. Das war mein Versuch. Das ist das eine. Das ist aber nur das eine. Und ich glaube, wir müssen uns Gedanken machen, auch wie man mit dieser emotionalen Ebene umgeht. Sie zu Nazis zu erklären, all die die AfD wählen, glaube ich, ist nicht das richtige Rezept. Die AfD ist von er, aber nicht alle Wählerinnen und Wähler. Genau, nicht alle Wähler. Komplett nach dem Mund zu reden, ist wahrscheinlich auch der falsche Weg. Sondern ich glaube, man muss diese Politik, haben wir angesprochen, die muss faktisch besser werden. Aber ich glaube, es hat auch viel mit Haltung zu tun. Denn was ich von Kollegen höre, waren diese Diskussionen bei den Landtagswahlen ja durchaus sachlich. Wenn die Politiker und Politikerinnen in die Dörfer gegangen sind und sich wirklich die Diskussion gestellt haben, da ging es nicht nur um Ausländer. Da wurden sie nicht nur beschimpft. Sondern es waren ernsthafte Diskussionen über Nahverkehr, Jobs. Das war nämlich eben mein Punkt. Ich glaube, es gibt im Grunde eben tatsächlich diese beiden Ebenen. Das kristallisiert sich jetzt ja auch in unserem Gespräch so ein bisschen raus. Es gibt zum einen quasi die echten Probleme oder die echten Gründe, wieso man sich mit einigem Recht quasi abgehängt fühlen kann. Stichwort Nahverkehr zum Beispiel. Oder auch manchmal Arbeitsplätze, wie gesagt regional sehr unterschiedlich. Das sind die Dinge, die man eigentlich nachvollziehen kann. Und dann gibt es diese Frusterfahrungen, die auf den ersten Blick weniger rational sind. Aber die, wenn man mit ein bisschen Empathie auch nachvollziehen kann, Philipp, da bin ich völlig bei dir. Insbesondere Stichwort gebrochene DDR-Biografie. Also die Menschen, die einfach so die Erfahrung gemacht haben, dass sie nach der Wende nicht mehr gebraucht werden, dass ihre Fabriken abgewickelt worden sind und so. Und da hatte der Spiegel schon vor einigen Monaten mal eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich glaube, es war sogar eine Serie, wo er einfach mal reportageartig so über die Lande gefahren ist in den neuen Bundesländern und einfach da geschaut hat, was denn die Menschen tatsächlich für Erfahrung gemacht haben. Und da war dieses Thema auch sehr präsent. Das ist einfach ein Frust, der sich ergibt aus der Entwertung der eigenen Biografien. Und das ist auch interessanterweise ein Frust, so jedenfalls beschrieben ist die Spiegel-Redakteure da, oder Redakteurin, weiß ich nicht mehr. Ein Frust, der sich über die Generationen fortsetzt. Also die Menschen, die heute 20 sind oder 30 sind, die haben ja natürlich keine gebrochenen Biografien, weil die in bundesrepublikanischen Fahrwasser überhaupt schon geboren wurden. Aber dieser Frust, der dann eben von den Eltern quasi vorgelebt wird, der scheint sich eben doch da irgendwie Bahn zu brechen. Und das Problem ist eben, dass dieser Frust sich dann Feindbilder sucht. Und das ist das ganz Gefährliche. Dass es dann eben Menschen gelingt, zur Zeit vor allem den geistigen Brandstiftern von der AfD, diesen Frust auf bestimmte Ziele zu fokussieren und auf bestimmte Personenkreise zu fokussieren. Und die zwei, die da vor allem im Zentrum stehen, sind natürlich die Ausländer, aber das sind nicht die einzigen. Das wäre ja schon schlimm genug. Ich finde, das Gefährlichste fast noch ist, dass sie das auch fokussieren auf die Repräsentanten des Systems. Jetzt mal ganz platt. Und die sind ja breit, Philipp, diese Repräsentanten des Systems. Von Politikerinnen bis Journalisten sind nämlich alle irgendwie doof, die nicht AfD sind. Ja, genau. Also das richtet sich gegen alle Institutionen und Vertreter des Staates. Was halt nicht passieren darf in dieser ganzen Sache ist, dass man die AfD normalisiert. Das ist ja bei diesem Interview da im MDR auch vorgekommen, wo die Frau, die Moderatorin, sie in einer Live-Situation die AfD als bürgerlich bezeichnet hat. Genau das sind die Sachen, die nicht passieren dürfen. Sondern was, glaube ich, Journalisten und Politiker machen müssen, ist, das Kind beim Namen nennen. So wie das Sascha Lobo ja auch gefordert hat, dass man sagt, okay, Nazis muss man Nazis nennen, Rassismus muss man als Rassismus bezeichnen. Und deswegen, glaube ich, muss man da ganz klar sagen, was die AfD macht, was die Politiker machen. Gleichzeitig muss man versuchen, bessere Politik zu machen. Man muss eine emotionale Ebene zu diesem Frust entwickeln können, hingehend zuhören, die Leute ernst nehmen, aber ihnen nicht nach dem Mund reden. Ja, genau, und die Differenzierung muss nämlich, und das ist mir wirklich ganz wichtig, weil ich glaube, dass da gerade breite Kreise in der Union, aber sogar manche Leute in der SPD gerade in der Gefahr sind, Riesenfehler zu machen. Ja, gerade bei der Union gibt es ja so einen Kuschelkurs gegenüber der AfD, jedenfalls in Sachsen, gibt es da einige bei der Union, die wirklich nicht mehr klare Kante machen. Und ich glaube, das große Risiko ist, dass man nur vordergründig auf das schaut, was die Menschen sagen. Das heißt, wenn die Menschen auf Ausländer schimpfen, weil sie aufgehetzt sind, nicht etwa, weil sie wirklich ein Problem haben mit Ausländern, sondern weil sie aufgehetzt sind, dann muss man das als den Bullshit erkennen, der es nun mal ist. Dann muss man sich zwei Sekunden mal Gedanken darüber machen, haben die Leute wirklich ein Problem mit Migration? Oder haben die Leute nicht vielleicht ein ganz anderes Problem? Haben die Leute nicht aus irgendwelchen anderen Gründen Frust? Und dann muss man diesen Frust angehen. Man darf also quasi nicht die Symptome, diese irrationalen und rassistischen und verachtenswerten Symptome des Frusts angehen, wie zum Beispiel Fremdenfeindlichkeit. Man darf darauf nicht reagieren, indem man selber zum Rassisten wird, wie das jedenfalls ja in Ansätzen in der Asylpolitik der Großen Koalition zum Vorschein kommt. Also nicht Rassismus, aber jedenfalls eine harte Feindlichkeit gegenüber Migration. Das ist genau falsch. Man darf nicht auf den Leuten nach dem Munde reden, wie du so schön sagst, Philipp. Sondern man muss sich die Frage stellen, wie kommt das denn zustande, dass diese Menschen auf solchen Quatsch kommen, wie zum Beispiel Rassismus? Und dann, glaube ich, eröffnet sich eine Perspektive, um mittelfristig dieses Problem mit der AfD und mit dem Rechtsradikalismus in den Griff zu bekommen. Und ich denke jedenfalls vor dem Hintergrund dessen, was man heute sieht bei der AfD, kann man nicht mehr reden von Protestwahl oder Rechtspopulismus oder so. Also das ist wirklich verharmlosen. Christian Stöcker, eben schon zitierter, ehemaliger Spiegelredakteur, jetzt Hochschullehrer in Hamburg, schreibt so schön, Zitat, es kann in Deutschland niemals eine wie auch immer geartete Regierungsbeteiligung der AfD geben. Denn die Ideologie der AfD ist mit einer liberalen Demokratie inkompatibel und übrigens auch mit einer globalisierten Gegenwart und Zukunft. Deswegen leugnet die AfD als einzige deutsche Partei die menschengemachte Klimakrise. So Stöcker. Ja, genau. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum es einen Riesenunterschied gibt. Es gibt ja diese Frage, kann die AfD eigentlich demokratisiert und parlamentarisiert werden wie die Grünen und die Linke. Und ich glaube, das ist der entscheidende große Unterschied, dass so extrem die Grünen und die Linken vielleicht mal waren. Aber im Kern waren sie eine inklusive, schon demokratisch basierte Bewegung. Ja, selbstverständlich waren die Grünen und die Linken jederzeit völlig demokratisch. Also ganz ehrlich, das ist eigentlich schon absurd, darüber diesen Vergleich zu bemühen. Sie hatten auch Extremisten in ihren Reihen, aber das war immer eine Minderheit. Und das ist auch der große Unterschied. Die AfD ist strukturell, antidemokratisch, autoritär, nationalistisch angelegt. Und die Extremisten, die noch darüber hinausgehen, sind nicht in der Minderheit, sondern übernehmen gerade das Ruder. Und ich glaube, das ist der große Punkt. Da kommen halt Autokraten und Menschenfeinde im Schafspelz daher, die sich nach außen bürgerlich nennen und als bürgerlich präsentieren und als bürgerlich wahrgenommen werden wollen, sind sie aber nicht. Und dem darf man nicht auf den Leim gehen. Und ich wollte noch einen Punkt machen, einen Vorschlag auch. Ich finde, in dieser ganzen Debatte, und wie gesagt, Sascha Lobo hat das angeregt in seiner Kolumne, ich würde das noch mal weiterdrehen. Es ist in dieser auch für die Journalisten und die Medien extrem wichtig, hier mit klaren Begriffen zu operieren. Sascha sagt, Nazis müssen Nazis genannt werden, Rassismus muss Rassismus genannt werden. Und man darf da nicht zurückschrecken, das Kind beim Namen zu nennen. Ich habe den Eindruck, ja, ist richtig, aber dazu müssen die Begriffe klar sein. Und ich habe den Eindruck, dass in vielen Medien das sehr verschwimmt. Also manche Medien haben insgesamt keine Vorstellung davon, einige Kollegen vielleicht schon, andere weniger. Und in Ermangelung von präzisen Begrifflichkeiten wird dann immer mit Rechtspopulismus oder Populismus umhergeworfen. Wir in der Lage sind davon ja auch nicht frei. Und das hilft aber nicht, weil es insgesamt zu einer Verwischung der Debatte beiträgt und zur Verharmlosung von echten rechtsradikalen Tendenzen und Bewegungen und Auffassungen. Und mein Vorschlag wäre daher, dass Medien jedes für sich eigentlich mal die Begriffe für sich definieren sollte. Was nennen wir Rassismus? Was ist eine rassistische Äußerung? Was ist ein Populist? Was ist ein Rechtspopulist? Was ist völkisch? Was ist nationalistisch? Was ist rechtsextrem? Was ist Rechtsextremismus? Und dass man das mal intern zumindest mal aufschreibt und an die Kollegen und Kolleginnen vermittelt und sagt, okay, das ist unsere Definition. Wenn eine Aussage, ein Verhalten da reinfällt, dann nennen wir es aber auch so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das zu einer klareren Debatte führt. Und wenn dann irgendwie zehn Medien sowas aufstellen, da guckt die eine vom anderen ab, was ja auch in Ordnung ist. Und dann vielleicht kondensiert sich da so eine gemeinsame Auffassung dessen raus, was diese ganzen Begriffe bedeuten. Und ich glaube, da werden wir in der Debatte schon mal ein bisschen weiter. Ja, zumal man ja sagen muss, diese Begriffe sind ja jetzt nicht irgendwie völlig undefiniert. Da gibt es ja schon eine breite, breite politikwissenschaftliche Forschung. Man muss sie halt nur einfach sauber verwenden. Und natürlich sind die Definitionen auch nicht hundertprozentig trennscharf. Da sind ja keine juristischen Definitionen. Und das muss man sich auch nicht komplett neu ausdenken. Ich glaube nur, dass das mir und Kollegen und Kolleginnen sicherlich helfen würde, wenn man darüber mal intern redet, debattiert und sagt, wie man was nennt. Das muss man sich nicht ausdenken. Das haben Politikwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schon getan. Also Terminologie ist ganz wichtig. Und ich finde auch ehrlich gesagt einfach ganz wichtig, dass Medien wieder eine mehr Haltung gewinnen, gerade gegenüber der AfD. Das ist ja eine Diskussion, die auch nicht neu ist. Die haben wir auch in der Lage schon verschiedentlich geführt. Ich glaube, es ist nichts gefährlicher, als wenn man AfD-Positionen so normal zitiert, wie man sonst CDU-Positionen oder Grünen-Positionen zitiert. Es ist eben keine normale Partei. Es ist eben keine Partei, die auf dem Boden von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit steht. Sondern es ist eine Antipartei. Und deswegen denke ich, kann man eigentlich auch von Medien erwarten, dass sie das nicht einfach so ganz normal berichten, was die AfD fordert. Das ist halt einfach eine ganz andere Qualität als das, was die anderen Parteien fordern, die unsere Demokratie erhalten und nicht bekämpfen wollen. Also insofern denke ich, da quasi dem Vorwurf der Lügenpresse oder der tendenziösen Berichterstattung ausweichen zu wollen, indem man die AfD quasi damit adelt, sie wie eine normale Partei zu behandeln, das ist aus meiner Sicht ein Riesenfehler. Wir haben ja letzte Lage über die Vermögensteuer gesprochen und die enorme Ungleichheit bei Vermögen, aber auch bei Einkommen. Das sind ja immer zwei unterschiedliche Sachen. Also es muss immer so anhäuft und das, was so jeden Monat reinkommt. Und dafür gibt es, und darauf wollen wir heute mal ein bisschen näher eingehen, zwei wesentliche Ursachen, denke ich. Das eine, das haben wir letztes Mal so ein bisschen angeschnitten, ist die unterschiedliche Besteuerung eben von Arbeit und Vermögen. Aber das Zweite, und das wollen wir mal ein bisschen vertiefen, ist die Bildungsunterschiede. Denn Bildung ist so enorm wichtig, in Deutschland eigentlich noch viel mehr als anderswo. Denn jedes zusätzliche Bildungsjahr in Deutschland schlägt sich in einem Plus an Arbeitsmarkteinkommen von 10 Prozent nieder. Also jedes Jahr Bildung plus 10 Prozent Arbeitseinkommen. Das ist eine Menge. Klar, also mehr Bildung heißt mehr Einkommen und damit eben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit zumindest auf ein Vermögen. Und das Problem ist jetzt aber, dass natürlich die Startchancen von Kindern ungleich sind. Das ist mehr oder weniger naturgegeben, weil halt die Lebensverhältnisse in Familien durchaus unterschiedlich sind. Das Ding ist halt nur, dass der Staat die Aufgabe eigentlich hat, diese Ungleichheiten von Kindern auszugleichen. Und das passiert eben viel zu wenig, vor allen Dingen in Deutschland. Bildung und Einkommen der Eltern sind in Deutschland für die Zukunft der Kinder so entscheidend wie kaum in einem anderen Industrieland. Die OECD, also so eine Vereinigung der Industriestaaten, hat das gemessen in Umfragen und untersucht und festgestellt, wenn deine Eltern kein Abitur haben, dann machen die Kinder dieser Eltern in Neuseeland zu 39 Prozent einen Hochschulabschluss. In Finnland machen immer noch ein Drittel der Kinder von Eltern ohne Abitur einen Hochschulabschluss. In Deutschland sind das Ganze 15 Prozent. Und dazu sagt Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, den wir hier immer so zitieren, weil ich halt mit dem im Medienradio mal ein Interview gemacht habe, ein langes, und daraus kann man jetzt immer schön Sachen zitieren. Der sagt dazu Folgendes. Das Einkommen und der Bildungsgrad ihrer Eltern, das bestimmt über die Hälfte ihres Lebenseinkommens. Also wie viel Erfolg sie im Berufsleben nachher haben, hängt ganz entscheidend von den zwei Dingen ab. Das ist eigentlich für eine soziale Marktwirtschaft, für jede Demokratie eigentlich eine katastrophale Aussage, dass sie eben nicht die gleichen Chancen haben, sondern dass das davon abhängt, in welche Familie sie geboren werden. Ja, das ist in der Tat eine sehr, sehr bittere Diagnose, denn das bedeutet eben im Klartext, nicht nur Reichtum wird vererbt, auch Armut. Das heißt, wenn deine Eltern arm waren oder jedenfalls einen geringen Bildungsabschluss haben, was ja nicht zwingend zu Armut führt. Es gibt ja zum Beispiel auch viele Menschen, die als Handwerksmeister beispielsweise, also auch ohne Abitur, ein sehr gutes Einkommen erzielen. Es gibt da natürlich auch Ausnahmebiografien, aber in der Tendenz ist es tatsächlich so, dass sich nicht nur Reichtum, sondern auch Armut vererben. Und ganz interessant ist dabei, um das vielleicht noch so ein bisschen abzurunden, dass es natürlich auch nicht nur um die Bildung im engeren Sinne geht, also welche Abschlüsse hat man gemacht, sondern es gibt noch eine ganze Menge andere weiche Faktoren, die über den späteren beruflichen Erfolg mitentscheiden. Der französische Soziologe Bourdieu hat diese Summe der weichen Faktoren mal so schön als Habitus beschrieben. Das ist also ein Konzept, das so umschreibt die Summe der verinnerlichten Verhaltensweisen. Das geht so darum, wie man sich kleidet, was man leidet, was man liest, wie man sich ausdrückt, welche Formulierungen man verwendet, welche Gesten man verwendet. Einfach so ganz viele weiche Faktoren, die beim Gegenüber dann dazu führen, dass man so das Gefühl hat, hey, der passt zu uns, die passt er nicht so gut zu uns. Und ein einfaches Beispiel dafür wäre so die Sprache an Schulen. Wenn man sich zum Beispiel mal vorstellt, irgendein feines, sehr bürgerliches Gymnasium, und dann kommt da irgendwie ein junger Schüler oder eine junge Schülerin rein, vielleicht sogar überdurchschnittlich intelligent, aber irgendwie fettige Haare bohrt in der Nase und drückt sich grob aus, spricht zum Beispiel krasses Berlinerisch. Und das ist jetzt natürlich ein total überzeichnetes Bild. Also das Konzept des Habitus ist natürlich viel ausdifferenzierter. Vermutlich ist der eine oder andere Soziologe jetzt schon hinten rübergefallen, weil wir das hier so simpel darstellen. Aber die Grundidee ist tatsächlich, dass es so um diese vielen verinnerlichten Verhaltensweisen geht, die wenig zu tun haben mit Intelligenz. Es einfach darum geht, was man so mitbekommt während seiner Sozialisation. Und das führt eben dazu, dass man Menschen als kompatibel empfindet, als Menschen, die einem sympathisch sind, oder als Menschen, von denen man denkt, nee, der passt hier irgendwie nicht rein. Und spätestens in einem Vorstellungsgespräch führen solche Dinge dann eben sehr schnell zur Ausgrenzung. Oder auch schon in der Schule bei der Klickenbildung. Also ich kann mich da selber, muss ich ehrlich gesagt gestehen, daran erinnern, ja, irgendwie so in der Grundschule, das ist da so, schon in der Grundschule oder spätestens dann so irgendwie auf dem Gymnasium, dass es da halt so Leute gab, ja, Mitschüler, Mitschülerinnen, die man irgendwie komisch fand, weil die komische Klamotten anhatten und so. Und mit denen wollte man dann irgendwie nicht so richtig spielen. Einfach, weil ich das jedenfalls natürlich noch nicht kannte als Teenager, dieses Konzept. Und man mir irgendwie nicht so richtig beigebracht hatte, dass man sich von sowas nicht blenden lassen sollte. Genau. Und das gilt natürlich auch für Lehrer, die natürlich auch aus einer besonderen sozialen Schicht kommen. Und wenn dann Kinder aus anderen Schichten kommen, die anderen sprechen, dann sind die häufig, ob die das wollen oder nicht, die Lehrer und Lehrerinnen rein, habituell manchmal schon unten durch. Und wie gesagt, es geht nur darum, dass der Staat die Chancen ausgleichen soll. Dass jeder seine Chancen ungleich nutzt, fein. Dass jeder sein Ding macht, fein. Aber jeder soll dieselbe Chance haben. Und warum der Staat das so schlecht ausgleichen kann? Ja, das mit den Chancen, Philipp, da würde ich noch eine Sekunde drauf rumreiten wollen. Weil das nämlich ganz häufig zu Missverständnissen führt. Es geht nicht darum, das ist so eine klassische Kritik an der These, dass der Staat da Verantwortung trägt. Es geht nicht darum, dass alle hinterher gleich viel haben. Ja, natürlich nutzen Menschen ihre Chancen anders. Ja, um es mal ein bisschen plastisch zu formulieren. Der eine macht nur Party von 13 bis 20 oder auch bis 30. Der andere lernt Coden und studiert und macht und tut. Ja, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Herangehensweisen, ganz unterschiedliches Engagement und so, ganz unterschiedlichen Fleiß und so weiter und so weiter. Darum geht es nicht. Sondern es geht um die Chancen, die ein Mensch bekommt, um tatsächlich so was wie einen Bildungserfolg zu erzielen und später vielleicht auch beruflichen Erfolg zu haben. Und ich denke, der Staat ist nicht dafür verantwortlich. Das wäre in der Tat sogar bedenklich, jetzt quasi alles zu nivellieren und dafür zu sorgen, dass alle Menschen hinterher gleich viel Geld haben oder so. Das soll ja gerade nicht sein. Ich muss mal platt gesagt, Leistung soll sich ja durchaus lohnen. Und Fleiß und Studienengagement soll sich ja durchaus lohnen. Aber es geht darum, dass die Staatschancen wenigstens gleich verteilt werden und nicht davon abhängen, in welche Familie man reingeboren ist. Und warum das so schlecht funktioniert, dazu sagt Marcel Fratscher vom DEW. Das klappt nicht ausreichend. Also die kurze Antwort ist, weil die Eltern, denen es gut geht, die Chancen haben, die gutes Einkommen haben, gute Bildung haben, nicht wirklich ein Interesse daran haben, das zu ändern. Das ist natürlich eine recht bittere Diagnose. Ich vermute, dass sich das auf Forschung stützt. Wir haben jetzt aber auch durch übrigens einen Hinweis von einer ehemaligen Lehrerin auf der Lage live uns eine Untersuchung angeguckt, nämlich das Bildungsbarometer 2019, was jetzt vor kurzem erst erschienen ist. Und das zeichnet so ein leicht anderes Bild. Das wurde erstellt vom Zentrum für Bildungsökonomik, also dem IFO, und ist eine jährliche Meinungsumfrage unter 4000 Befragten und repräsentativ als Stichprobe für die Bevölkerung in Deutschland. Fratscher sagt, die Eltern wollen das nicht. Dieser Bildungsbarometer sagt jetzt, also die Mehrheit der Befragten, das sind nicht nur die Eltern, sondern insgesamt Bevölkerung in Deutschland will sehr wohl, dass der Staat mit besseren Maßnahmen die Verringerung von Ungleichheit im Bildungssystem unterstützt. So sind zum Beispiel 78 Prozent dafür, dass der Staat die Kita-Gebühren übernimmt. Super wichtig, weil gerade auch diese habituellen Sachen, von denen du gesprochen hast, Ulf, in dieser Kita geprägt werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Kinder in die Kita gehen. Und über 80 Prozent sagt, staatliche Ausgaben für Schulen und Schülerinnen aus benachteiligten Verhältnissen müssten erhöht werden. Auch soll der Staat eine Kita-Pflicht einführen. Und insgesamt soll es eine längere Schulzeit geben. Das sind sozusagen Ergebnisse dieser Befragung. Und das finde ich schon mal ganz interessant, dass eben in den wichtigen Fragen dieser sozialen Bildungsungleichheit die Mehrheit der Bevölkerung nach dieser repräsentativen Umfrage durchaus dafür ist, das mit mehr Geld und anderen strukturellen Maßnahmen zu beseitigen. Und jetzt muss man sagen, die Bundesregierung sitzt natürlich nicht tatenlos da. Die haben das Problem auch erkannt und machen ja auch Dinge, wie das gute Kita-Gesetz zum Beispiel, was halt für mehr Kita-Plätze sorgt, noch nicht ausreichend, aber durchaus mehr. Es gibt auch das Bildungs- und Teilhabepaket, was jetzt zum 1. August noch mal nachgebessert wurde. Das heißt im Kern, dass Familien, arme Familien, eben Geld beantragen können für Nachhilfe, für Schulmaterial, für Schulausflüge, für Mittagessen, für Fahrscheine. Entweder macht das die Schule oder sie selber müssen das beantragen. Da gibt es jetzt mehr und das geht auch leichter. Es wurden auch Verbesserungen erreicht, das ist jetzt auch nicht so, dass das überhaupt nicht vorangeht. Die OECD sagt zum Beispiel, seit gut zehn Jahren sei der Anteil der unter Dreijährigen, die eine Kita oder einen Kindergarten besuchen, um 20 Prozentpunkte in Deutschland gestiegen. Also das ist eindeutig der richtige Weg. Auch sagt die OECD, in kaum einem anderen Land sei der Anteil sozial schwacher Schüler mit soliden Leistungen in der Schule so deutlich gewachsen wie in Deutschland. Was natürlich bedeutet, also wir geben immerhin ein bisschen mehr Gas an dieser Stelle. Ja, also wir stagnieren da nicht und es geht nicht rückwärts so, sondern es gibt durchaus politische Erfolge in diesem Bereich. OECD sagt, ganz wichtig ist dabei, dass Klassen durchmischt sind. Davon profitieren Leistungsschwache. Aber ganz wichtig, da habe ich mit dem Schleicher, der diese ganzen, bei der OECD macht, diese ganzen Untersuchungen persönlich mal gesprochen und habe ihn gefragt, ja schwache Schüler, okay, aber profitieren auch leistungsstarke Schüler davon, dass sie in gemischten Klassen Unterricht haben. Und er sagt, ja, wissenschaftlich erwiesen, eindeutig ja. Weiß man eigentlich, wieso? Vielleicht hat er dir das zufällig auch erzählt, denn das finde ich einen interessanten psychologischen Mechanismus, wie das eigentlich zustande kommt. Ja, also ich habe so ein bisschen nachgefragt und er sagte dann halt so, naja, in häufig sollen dann halt auch bessere Schüler eingebunden werden, um es halt Schwächeren zu helfen. Und ich meine, aus eigener Erfahrung weiß man, du kannst nur Dinge erklären, die du wirklich verstanden hast. Allerdings, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher so als Teenie extrem viel Nachhilfe gemacht. Also zum einen mit meiner Schwester, ich habe ja eine kleine Schwester, klein auch natürlich inzwischen, in dreieinhalb Jahren jünger, also auch inzwischen natürlich eine sehr erwachsene Frau. Aber jedenfalls mit ihr habe ich sehr viel irgendwie gelernt und ich habe dann auch irgendwie so in der Nachbarschaft und im Dorf und so bei einer ganzen Reihe Kindern Nachhilfe gegeben. Und ich muss schon sagen, ich habe extrem viel gelernt. Also ich glaube am allermeisten bei der Latein-Nachhilfe für einen Nachbarn bei uns in der Siedlung. Denn bis man wirklich mit jemandem Latein übersetzen kann und Grammatik lernen kann, da muss man echt verdammt viel drauf haben. Ich habe glaube ich vor jeder Stunde erstmal eine Stunde mich selber vorbereitet. Das war wirklich super. Nee, insofern, wenn ich da jetzt mal zurückdenke, dann fällt mir auch wieder ein, warum das funktioniert. Also insbesondere, wenn man dann in solchen leistungsgemischten Klassen tatsächlich, sagen wir mal, so Gruppenphasen einbaut, wo dann eben tatsächlich die Schülerinnen und Schüler untereinander sich gegenseitig helfen. Dann glaube ich sofort, dass man da was lernt und natürlich auch soziale Fähigkeiten. Also Lernen ist ja nicht nur ein intellektuelles Erlebnis, es ist ja auch ein soziales Erlebnis. Auf jeden Fall. Und eine Sache, die wurde jetzt von der OECD so explizit nicht erwähnt, aber das habe ich im Gespräch mit dieser ehemaligen Lehrerin bei der Lage live auch nochmal bestätigt gefunden, wie unfassbar wichtig Schulsozialarbeiter und Arbeiterinnen sind, um diese Probleme, über die wir die ganze Zeit reden, Herr zu werden. Ich war dieser Tage mal in der Kurz-Schwitter-Schule in Berlin. Das ist so eine Schule, wo eben genau die Kinder sehr lange in dieselbe Klasse gehen, also so eine Gemeinschaftsschule, auch eine sehr beliebte Schule, wo immer mehr Kinder hinwollen, als eigentlich Plätze da sind und es ist definitiv keine Brennpunktschule. Und dennoch sagt die Schulleiterin Kathrin Kundl, die Hälfte der Kinder der Schule, obwohl das hier eine übernachgefragte Schule ist, haben eigentlich besondere Zuwendungsbedarfe. Also, bisschen sperrig ausgedrückt, aber das bedeutet, die Hälfte der Kinder, selbst in dieser Schule, braucht irgendwie eine Art von Zuwendung, sei es psychologisch, sei es sozial oder sei es inhaltlich. Und das betrifft, sagt sie, nicht nur Kinder aus armen Familien, sondern das ginge einfach durch alle Schichten. Das sind massiv zunehmend psychische Probleme, das sind aber auch einfach Schicksalsschläge, die Kinder ja auch ereilen, sowas wie Tod oder Verlust von Freunden oder wegziehen. Das sind im Prinzip die Alltagsprobleme eines jeden Jugendlichen, die aber nicht jeder Jugendliche halt einfach mal so locker bewältigen kann. Ja, und da kannst du dir ja vorstellen, wie das an Brennpunktschulen aussieht, ja, wo dann irgendwie noch Armut dazukommt, wo dann Gewalt in den Familien dazukommt, wo religiöse Konflikte dazukommen. Und das hat mir auch diese ehemalige, unsere höheren, ehemalige Lehrerin an so einer Brennpunktschule bestätigt, wenn das Lehrer und Lehrerinnen machen müssen, neben dem Unterricht, neben 1 plus 1 und das mit SZ oder Doppel S, wenn die dann auch noch sich um diese Probleme kümmern sollen, die die Kinder so dermaßen in Beschlag nehmen, dann sind die nach fünf Jahren alle so. Die ist da rumgerannt und hat gemacht und Eltern besucht und hier getan und da Probleme gelöst und wenn du das die ganze Zeit als Lehrer, Lehrerin machst, dann ist nach fünf Jahren die Energie weg und deswegen glaube ich und das hat sie mir auch bestätigt, sind Schulsozialarbeiter so wichtig und an dieser Kurt-Schwitters-Schule, da gibt es eben insgesamt acht im Jahrgang, so 150 Kinder, gibt es pro Jahrgang ein bis zwei und das sind wirklich auch nach pädagogischen Maßstäben eine ganze Menge. Ich glaube, das Problem liegt darin, dass wir dieses Phänomen der schlechten Leistungen den Kindern und Jugendlichen zuschreiben. Also wir machen aus einem gesellschaftlichen Problem ein individuelles Problem. Sagt Kurt Barabas, der ist eben Chef dieser Sozialarbeiter da an der Kurt-Schwitter-Schule und der sagt, das fand ich auch krass, zehn Prozent dieses eines Jahrgangs hätten massive psychische Probleme, 20 bis 30 seien mal beim Psychiater gewesen, einige davon auch stationär und diese Schulsozialarbeiter, ich habe das selber aus eigener Erfahrung auch erlebt, die sind immer für die Kinder da, da gibt es kleine Probleme, da will der eine dem anderen die Haare abschneiden und der Junge mit den langen Haaren ist völlig verzweifelt, weiß nicht, was er machen soll. Aus sowas können sich riesige Probleme für die Kinder entwickeln, wo dann die Schulleistungen in den Keller gehen, wo er nicht mehr in die Schule gehen will und diese Sozialarbeiter setzen sich dahin, reden mit denen und verhindern das Problem, bevor es wirklich, wirklich akut wird und ich glaube, Lehrer und Lehrerinnen sind mit sowas überfordert. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand das ja total spannend, Philipp, als wir so diese Sendung vorbereitet haben, dass es überhaupt sowas gibt wie Schulsozialarbeiter. Ich kann für dieses Konzept, nein, ich kann für das Konzept überhaupt nicht, ich habe ja auch keine schulpflichtigen Kinder, insofern bin ich dann so ein bisschen weiter weg von dem Thema, aber ich fand das total spannend, überhaupt mal von diesem Konzept zu erfahren, denn also mein Stand der Dinge war immer noch, dass es für ganz viele Lehrerinnen und Lehrer extrem anstrengend ist, dass sie eben nicht nur quasi eine intellektuelle Erziehungsaufgabe haben, also den Kindern was beizubringen, sondern dass sie eben auch diese soziale Aufgabe haben, dass sie selber so ein bisschen eine Sozialarbeiterrolle spielen und dass ganz viele da eben auch sehr schnell an die Leistungsgrenzen geraten und irgendwann tatsächlich auch gerade bei Lehrerinnen und Lehrern eben zum Burnout kommt und insofern leuchtet mir das total ein, klar, also dass es für Lehrerinnen und Lehrer total entlastend sein kann, wenn sie diese Aufgabe, sagen wir mal, der psychosozialen Betreuung nicht mehr alleine wahrnehmen müssen. Genau, das Problem ist natürlich, man denkt sich, diese ganzen oder viele zumindest die an der Schwitterschule in Berlin, glaube ich, kann man das insgesamt sagen, sind prekär beschäftigt. Die sind nicht direkt bei der Schule beschäftigt, sondern ich glaube bei irgendeiner Behörde und die vergibt immer nur Einjahresverträge, doll bezahlt. Ja, doll bezahlt sind die auch nicht und der Schulsozialarbeiter, ach so, das habe ich jetzt nicht im O-Ton, aber der sagt halt, seine Leute sind halt Idealisten, die arbeiten da, weil sie da mitgestalten dürfen, weil sie auf Augenhöhe behandelt werden und weil sie im Fall des Falles auch irgendwie in Konflikt gehen können mit der Schule und dem System. Also wenn sie glauben, da kommt halt ein Junge oder ein Mädchen aus der Psychotherapie zurück, dann sagen die halt, ja, dann muss die Benotung halt mal ausgesetzt werden oder ja, dann ist es okay, wenn er nicht jeden Tag pünktlich kommt. Hauptsache dieses Kind darf ankommen und fühlt sich hier willkommen und ich glaube, das ist neben diesen ganzen anderen Sachen, Kita gratis, Kita-Pflicht, Gemeinschaftsschulen, also lange zusammen lernen, eine längere gemeinsame Schulzeit, sind eben diese Schulsozialarbeiter, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Baustein, wenn es darum geht, Kinder die gleichen Chancen zu geben und Startunterschiede in der Schule staatlich auszugleichen. Ja und irgendwie habe ich so den Eindruck, dass diese Schulsozialarbeiter auch dazu führen, dass eine Schule so in gewisser Hinsicht quasi gnädiger wird. Das klingt jetzt erst mal nach einem komischen Begriff, gnädig ist so ein Wort, das kennt man eher so aus dem religiösen Kontext, aber ich fand das einen wichtigen Punkt, Philipp, dass du eben gesagt hast, dass eben, ich sage mal, psychosoziale Probleme nicht nur leistungsschwache Schüler betreffen, nicht nur Schüler aus einfacheren sozialen Verhältnissen betreffen, sondern dass das auf gut Deutsch in den besten Familien vorkommt. Und mit anderen Worten, jeder kann mal aus irgendwelchen Gründen in eine schwierige soziale Situation geraten und dann vielleicht den Bedarf haben, dass jemand einem einfach so ein bisschen unter die Arme greift. Und da wird Schule einfach als soziales System gnädiger, wenn man so will, auch so ein bisschen fehlertoleranter, wenn Menschen da sind, die sich um Schülerinnen und Schüler kümmern, denen es gerade einfach psychisch aus bestimmten Gründen ein bisschen schlechter geht. Und das finde ich, das trägt einfach so ein bisschen dazu bei, dass eine Schule auch ein viel menschlicheres Antlitz bekommt und nicht mehr nur darauf schaut, was jemand jetzt konkret für Leistungen bringt. Also ich weiß nicht, ich mich da so an meine Schulzeit erinnern. Ich war jetzt wahrlich kein schlechter Schüler irgendwie. Und ich hatte natürlich auch großes Glück, so was den Bildungshintergrund meiner Eltern angeht. Insofern bin ich da sicherlich privilegiert gewesen. Aber auch in meiner Schulzeit gab es Phasen, wo es überhaupt nicht gelaufen ist. Vor allem aus sozialen Gründen irgendwie. Und ich musste damit halt irgendwie im Wesentlichen alleine klarkommen oder mit meinen Eltern so. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn es da jetzt in der Schule Ansprechpartner gegeben hätte, das hätte wirklich sehr viel weiter geholfen. Und insofern finde ich das eine tolle Idee, dass du dieses Konzept mal vorgestellt hast, Philipp. Und also ich habe da selber was gelernt. Mich würde sehr interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen und was sie für Erfahrungen gemacht haben, was es vielleicht auch für ähnliche Modelle gibt, um an Schulen sowas wie eine psychosoziale Betreuung und Kriseninterventionen sicherzustellen. Da sind wir sehr gespannt. Man kann ja die Lage der Nation kommentieren. Vielleicht für diejenigen, die jetzt neu dabei sind. Wir haben eine Seite in diesem Internet namens lagedernation.org und da kann man die Lage kommentieren. Wenn man lagedernation.org aufruft, muss man einmal quasi auf den Titel der aktuellen Episode klicken. Da steht dann immer LDN, in diesem Fall 156. Da klickt man einmal drauf und dann kommt man auf die Seite dieser Folge und da kann man die Folge dann kommentieren. Da freuen wir uns sehr, wenn ihr Feedback gebt zur Sendung und in dieser Woche ganz besonders, wenn ihr etwas kommentiert zum Thema psychosoziale Betreuung in der Schule. Was macht das mit den Kindern, aber auch was macht das zum Beispiel mit den Menschen, die im Kollegium arbeiten? Die SPD sucht ja einen neuen Vorsitzenden, eine neue Vorsitzende oder auch beides. Und dieser Prozess ist jetzt in vollem Gange. Die Bewerbungsfrist ist abgeschlossen. Und Ulf, du musst mir mal erklären, was für ein System haben die sich da ausgedacht, um ein neues Spitzenduo zu finden. Genau, also bei der Gelegenheit erstmal, weil das vielleicht noch nicht alle mitbekommen haben, ich habe das im Juni schon mal in der Lage ankündigt. Ich war ja mal SPD-Mitglied, wobei ich interessanterweise, ich habe allerdings schon im Juni meinen Ausland erklärt, interessanterweise habe ich nach nichts gehört und ich kriege auch immer noch Post von der SPD. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so einfach geht das nicht. So ein bisschen wie so ein Zeitungsknebel-Abo. Keine Ahnung, ich muss da mal nachhaken, wie das eigentlich kommt, dass ich da immer noch, ich habe zum Beispiel gerade irgendwie Abstimmungsunterlagen bekommen. Ja, oder was immer das war. Jedenfalls, wie funktioniert das Castingsystem? Also wie gesagt, Kandidaturen für den Vorsitz der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands konnte man vom 1. Juli bis 1. September anmelden. Da haben sich auch eine ganze Reihe von Pärchen und auch ein paar Einzelkandidaten gemeldet. Wir gehen gleich noch auf diese Menschen ein, auf jedenfalls auf einige davon. Und die Kandidatinnen und Kandidaten sollen sich jetzt auf mehr als 20 Regionalkonferenzen der Parteibasis vorstellen. Also ich stelle mir das vor, irgendwie wird eine Turnhalle gemietet oder so und dann sitzen sie da oben auf dem Podium und man kann Fragen stellen. Also wie es genau laufen soll, muss man mal abwarten. Nach dieser Serie von Regionalkonferenzen soll es eine Mitgliederbefragung geben. Also alle Menschen mit SPD-Parteibuch können dann ihre Favoriten angeben. Und der Sieger dieser Befragung wird dann zum Vorschlag der SPD-Spitze an den Parteitag. Denn die formale Wahl der neuen Vorsitzenden, dessen neuen Vorsitzenden oder auch des Duos kann nicht direkt durch die Mitglieder erfolgen. Die SPD sagt, das sei nach dem Parteiengesetz gar nicht zulässig. Nach dem Parteiengesetz müsse durch Delegierte gewählt werden. Jedenfalls soll, ob das stimmt, ich habe das so schnell nicht gefunden, aber das nehmen wir jetzt mal so hin. Jedenfalls wird die formale Wahl dann durch Delegierte auf einem Parteitag Anfang Dezember erfolgen. Jetzt sind es 20 Leute. Wer davon, also es sind ja auch mal schräge Figuren dabei, aber wer davon hat die besten Aussichten, die Führung zu übernehmen bei der SPD? Ja, also das Umfrageinstitut Forsa, das Demoskopische Institut Forsa, sieht ein Duo in Führung, nämlich das Duo aus Olaf Scholz, seines Zeichens Bundesminister der Finanzen. Und Klara Geiwitz. Klara Geiwitz kennt man im Zweifel nicht. Landtagsabgeordnete aus Brandenburg, die gerade allerdings ihren Direktwahlkreis verloren hat an eine Grüne. Olaf Scholz und Klara Geiwitz haben erst vor kurzem ihre Kandidatur erklärt, sind aber trotzdem in Führung. Vermutlich deswegen, weil Olaf Scholz eben durch sein Ministeramt relativ bekannt ist. Ganz interessant daran ist, dass Olaf Scholz noch im Juni meinte, in einem Fernsehinterview, dass der Parteivorsitz der SPD nicht mit dem Job des Bundesfinanzministers zu vereinbaren wäre. Und deswegen hat er eine Kandidatur ausgeschlossen. Dann allerdings präsentierten sich immer mehr Gegner der Großen Koalition als Kandidaten für den SPD-Vorsitz. Also musste Scholz ran. Und denn Scholz ist der Mann der SPD-Rechten, des Seeheimer Kreises und der GroKo-Verfechter innerhalb der SPD. Die Zeit hat da einen sehr schönen Text neulich mal veröffentlicht, warum es eine richtig gute Idee wäre, wenn Scholz SPD-Vorsitzender wird. Allerdings für alle außer der SPD. Auf Twitter gab es auch hämische Kommentare. Zum Beispiel schrieb Hasso Suliak, Journalist, dass mit der Kandidatur von Olaf Scholz die schwarze Null steht. Was ein ziemlich böser Kommentar ist. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Olaf Scholz steht in der Tat für vieles, was aus meiner Sicht jedenfalls die SPD nicht so besonders sympathisch macht. Er ist jetzt ein Mensch mit nur einem ganz beschränkten sozialen Gewissen. Geht so ein bisschen als Genosse der Bosse. Kämpft für eine schwarze Null. Das ist ihm im Zweifel wichtiger als soziale Investitionen. Und vor allem, was ihn quasi aus der rechtsstaatlichen Perspektive, aus meiner persönlichen Perspektive total disqualifiziert hat, ist, wie er nach den Vorfällen beim G20-Gipfel in Hamburg die Exzesse der Polizeigewalt kleingeredet hat. Das geht aus meiner Sicht gar nicht. Natürlich gab es ganz viele Demonstranten. Demonstrierende, die da gewalttätig geworden sind. Das will ich überhaupt nicht relativieren. Aber es gab eben auch eine ganze Menge von Menschen in Uniformen, die sich völlig daneben benommen haben. Und das hat Olaf Scholz systematisch kleingeredet und die Aufklärung dieser Straftaten verhindert. Und das, finde ich, geht nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das geht nicht in einer Demokratie. Auch die Polizei muss sich an Recht und Gesetz halten. Da gibt es ja noch dieses anderes Duo, was auch so in die Richtung geht. Boris Pistorius ist auch, glaube ich, Innenminister ist er in Niedersachsen. Ganz genau. Und Petra Köpping, die ist sächsische Integrationsministerin, ist so ein Ost-West-Duo, gelten als Pragmatiker. Aber sind, glaube ich, auch eher Hardliner. Also Boris Pistorius ist auch so ein krasser Law-and-Order-Hardliner. Allerdings ganz charmant immerhin und eben in Niedersachsen relativ beliebt. Ich sage mal so, diese beiden Duos, Scholz, Gaiwitz und Pistorius-Köpping, das sind so die beiden Duos, die im Grunde für ein Weiter-So stehen. Ja, also mit einer konservativen SPD, wo sich Wählerinnen und Basis so ein bisschen fragen, wo ist jetzt eigentlich ganz genau der Unterschied zur Union? Sie stehen für die große Koalition und sie stehen im Wesentlichen dafür, dass alles bei der SPD so bleibt wie bisher. Da muss man sich natürlich fragen, wie es dann wieder aufwärts gehen soll, wo die SPD ja momentan im Sinkflug ist, was die Wählergunst angeht. Also das, mich persönlich, ich kann ja nicht mehr mitstimmen, aber mich persönlich überzeugen diese Angebote nicht so besonders. Also Kevin Kühnert tritt ja nicht an der Juso-Vorsitzende, hat er ausführlich begründet, aber er hat sein Favoriten-Duo genannt und das sei Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Was unterscheidet die denn von diesen erstgenannten Paaren? Die sind, wenn man so will, genau der Gegenentwurf zu diesen erstgenannten Paaren. Saskia Esken ist eine der kompetentesten Digitalpolitikerinnen im Deutschen Bundestag, Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda, hat auch eigene Erfahrung als Softwareentwicklerin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei SAP, ja, jedenfalls kommt sie unten aus dem Ländle und war schon im letzten Bundestag Vizesprecherin für Netzpolitik, nach Lars Klingbeil, der damals netzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion war. Dann wurde Klingbeil nach der Bundestagswahl Generalsekretär der SPD und da hätte man ja gedacht, dass Saskia Esken dann wohl aufrücken würde als netzpolitische Sprecherin, war für mich völlig klar, ist aber nicht so gekommen. Das SPD-Establishment hat sie übergangen und stattdessen wurde der bis dahin völlig unbekannte Jens Zimmermann netzpolitischer Sprecher, den kannte ich nicht, obwohl Netzpolitik wirklich ein Thema ist, mit dem ich mich seit zehn Jahren beschäftige oder 15. Also jedenfalls hat mich das schwer gewundert und also obwohl normalerweise die Vizes nachrücken und Esken völlig eindeutig kompetenter ist als Zimmermann, hat die Parteispitze sie quasi auf den zweiten Platz geschoben. Und so läuft das halt in der SPD. Filz vor Kompetenz, nicht immer, aber in vielen Fällen. Und das ist, finde ich ehrlich gesagt, in dieser Situation ein Vorgang, den man kennen muss, um zu verstehen, wie Saskia Essens Kandidatur zu bewerten ist. Das ist halt so eine Anti-Establishment-Kandidatur. Ich traue ihr wie kaum einem anderen in dieser Kandidatenrunde zu, die SPD wirklich mal vom Kopf auf die Füße zu stellen, weil sie nämlich ganz persönlich immer wieder gelitten hat an diesem Partei-Establishment im Willy-Brandt-Haus. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass die SPD mit ihr an der Spitze eine Chance hätte zu einem echten Neubeginn. Und das gilt auch im Grunde für Norbert Walter-Borjans, Philipp. Der ist ja bekannt geworden, mir zumindest bekannt geworden, als der Steuer-CDs angekauft hat von Steuerhinterziehern. Beziehungsweise also Steuer-CDs angekauft hat, auf denen Informationen gespeichert waren, die Steuerhinterzieher vor Gericht gebracht haben. Und so ist er ihnen auf den Leib gerückt. Das war damals keine unumstrittene Aktion, ob man solche CDs kaufen kann, die ja in der Regel nicht auf legale Weise entwendet wurden. Aber unterm Strich, glaube ich, ist das mittlerweile Common Sense, wenn ich das richtig sehe, dass das eine gute Aktion war. Und ich nehme den so ein bisschen als, wie soll man sagen, der ist ja Finanzminister in NRW, Gegenentwurf. Gewesen. Genau, aber so ein bisschen als so einen linken Gegenentwurf zu Scholz. Würde ich auch so einschätzen. Quasi ein, das ist so Finanzpolitik mit sozialem Gewissen, der eben genau die Dinge so ein bisschen anders sieht als Olaf Scholz. Und gerade er mit Saskia Ersten zusammen, die eben auch so eine Anti-Establishment-Sozialdemokratin ist. Also die beiden stehen jedenfalls, wenn ich mir so dieses Portfolio angucke, der Leute, die sich da bislang bewerben, am deutlichsten für einen Neuanfang der SPD. Sie sind jetzt sicher nicht die allerbekanntesten. Das muss man sehen. Also Norbert Walter-Beuerns vielleicht noch. Saskia Esken ist schon vielleicht jetzt nicht die prominenteste Sozialdemokratin im Bundestag. Aber gerade vor diesem Hintergrund finde ich es bezeichnend, dass Kevin Kühnert gerade diese beiden unterstützt. Denn Kevin Kühnert ist aus meiner Sicht schon einer der glaubwürdigsten SPD-Spitzenpolitiker, der auch am ehesten tatsächlich glaube ich möchte, dass es diese Partei in 20 Jahren noch gibt. Und der sieht, dass es dafür eine ganze Menge an Reformen braucht. Und insofern, wenn der sich dieses Duo ausschaut, obwohl die eben nicht die bekanntesten sind, das ist aus meiner Sicht schon ein echter Ritterschlag für Saskia Esken und Norbert Walter-Beuerns. Insofern bleibt es wirklich spannend, wie sich die SPD-Basis entscheidet. Wie gesagt, Forsa-Umfragen ergeben. Olaf Scholz soll es machen. Schauen wir mal, was da drauf ist. Aber ich finde dieses Prinzip eigentlich gar nicht schlecht, dass sie jetzt 20 Kandidaten haben, eine Kandidatin und die sich zur Wahl stellen und diskutieren und so. Also das finde ich so als Rekrutierungsprozess erst mal ganz interessant und klingt irgendwie ganz gut. Also das finde ich auch gut, dass jetzt eben nicht nur irgendwie quasi der scheidende Vorsitzende oder in diesem Fall die scheidende Vorsitzende mehr oder weniger im Alleingang bestimmt mit so einer Kummelrunde, wer der Nächste wird. Oder die Nächste, das finde ich auch sehr charmant, Philipp. Ich kann mir nicht so ganz vorstellen, wie diese Regionalkonferenzen ablaufen sollen mit so vielen Leuten auf der Bühne. Das stelle ich mir so ein bisschen schwierig vor. Ganz spannend fand ich den Vorschlag von Yannick Hahn. Yannick Hahn ist so, ist also ehrlich gesagt, der in Berlin so ein bisschen bekannter, hat er lange organisiert den netzpolitischen Arbeitskreis der SPD und ist Vorsitzender der Abteilung Alexanderplatz, wo ich zu meinen SPD-Zeiten Mitglied war. Na jedenfalls, Yannick Hahn hatte den spannenden Vorschlag. Er würde sich wünschen, dass einfach jedes Kandidatenduo einen Podcast aufnimmt. 30 Minuten Gespräch darüber, wie sie sich die Zukunft der SPD vorstellen. Finde ich eine total brillante Idee. Unmoderiertes Gespräch, die beiden einfach am Mikro nehmen auf, was wollen wir mit der SPD? Und wenn man das dann wirklich als ehrliches Gespräch führt und nicht irgendwie mit Jingles und Tralala, sondern einfach nur als ehrliche Diskussion, ein gutes Gespräch, das könnte, glaube ich, sehr interessant werden. Ja, und noch viel interessanter wird dann der Parteitag am 1. Dezember, wo der ganze Parteitag mit Kopfhörern da sitzt und den Podcasts lauft. Auf das Bild würde ich mich freuen. Deswegen finde ich das eine großartige Idee. Wir kommen zum nächsten Thema. Wir nähern uns ja dem 20. September. Für alle, die sich für Klimapolitik interessieren, ist völlig klar, am 20. September will die Große Koalition oder die Unterabteilung Klimakabinett genannt, Eckpunkte für das Klimagesetz beschließen, das heiß erwartet wird und mit dem die deutsche Politik und die deutsche Regierung den Weg aufzeigen will, wie denn auch mal ein Klimaziel einzuhalten ist, nämlich, dass 2030 bis 2030 erreicht werden muss, dass unsere CO2-Emissionen um 55 Prozent im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zurückgehen. Nicht zum vorindustriellen, sondern zu, was ist der Schnittpunkt? 1992, glaube ich. Also, dass es um 55 Prozent abgesenkt wird und denn momentan sind wir sozusagen dabei, alle diese selbstgesteckten Ziele krachend zu verfehlen. Und jetzt sind dieser Tage so ein paar Eckpunkte durchgesickert, was SPD und Union da gerne verankert sehen wollen würden. Diese Punkte sind weitgehend identisch, wenn ich sage identisch, aber man ist sich schon sehr einig. Jedenfalls zeichnet sich da kein irrer Dissens ab. Ich will das nur mal so in ein paar Stichworten runterrattern hier, weil es wie gesagt noch Eckpunkte sind und sich da in den nächsten zwei Wochen auch noch einiges verändern kann. Also, einig sind sich alle, dass sie die Tickets für Flüge teurer machen wollen und ein bisschen am CO2-Ausstoß orientieren wollen. Sie wollen fossile Kraftstoffe verteuern. Die CDU eher mit Verschmutzungsrechten, also über diesen Emissionshandel, den national organisieren. Svenja Schulze, Umweltministerin von der SPD, will eher die Energiesteuern erhöhen. Die CSU will auch Emissionsrechte verkaufen, aber eben einen Höchstpreis dafür ansetzen, was ich ein bisschen widersinnig und kontraproduktiv finde. Also, dass eben eine Tonne CO2 am Markt gehandelt wird. Wie viel darf man ausstoßen? Aber der soll dann eben sich orientieren an dem CO2-Preis, den auch die Industrie in diesem europaweiten Emissionshandel zahlen muss. Das läge derweil bei 27 Euro eindeutig zu wenig. Dann soll es für klimafreundliche Sanierungen steuerliche Nachlässe geben. Es soll die Pendlerpauschale steigen. Man höre und staune. Also, die Leute sollen mehr von der Steuer absetzen können, wenn sie pendeln, um eben zum Beispiel höhere Preise für fossile Kraftstoffe auszugleichen. Die Mehrwertsteuer auf Bahntickets soll von 19 auf 7 Prozent abgesenkt werden, was Bahntickets natürlich verbilligen würde. Die Kfz-Steuer soll sich am Ausmaß des CO2-Ausstoßes orientieren, ist also nicht mehr so daran am Hubraum. Die Kaufprämie für Elektrofahrzeuge soll steichen. Nicht-fossile Kraftstoffe wie Biogas, Biosprit sollen billiger werden, weil die Energiesteuer auf sie nicht mehr erhoben wird. Also, das sind so ein paar Maßnahmen, wo ich sagen würde, ja, kann man machen. Ist sicherlich Sinnvolles dabei. Aber trotzdem, wenn man das so liest, als ich das das erste Mal, ich weiß nicht, wie dir das ging, aber als ich das das erste Mal gesehen habe, gelesen habe, dachte ich, really? Wie, das ist jetzt eure Antwort auf diese Klimakatastrophe? Die Pendlerpauschale erhöhen? Emissionshandel, die Preise deckeln bei 27 irgendwas Euro? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass die den Schuss gehört haben. Ehrlich nicht. Also, was sie jedenfalls ganz sicher nicht wollen, ist, dass irgendjemand irgendwelche Einbußen erleidet. Sie wollen im Grunde eine populistische Antwort auf die Klimakrise geben. Das ist, glaube ich, der Versuch. Und zwar letztlich sowohl bei der Union als auch bei der SPD. Es soll irgendwie so ein bisschen auf Klimaschutz gemacht werden, weil das ja jetzt irgendwie alle Leute erwarten. Aber es darf auch niemandem wehtun. Das ist im Grunde so ein bisschen die Idee, wenn irgendwie das Autofahren teurer wird, weil eine CO2-Abgabe auf Benzin fällig wird, dann muss eben die Pendlerpauschale erhöht werden, sodass es unterm Strich genau dasselbe kostet wie vorher. Das ist so ein bisschen die Idee dabei. Und ja, also ich sage mal so, Philipp, man kann das natürlich durchaus so gestalten. Die Frage ist nur, ob dann hinreichend Anreize gesetzt werden, um sich tatsächlich CO2-neutral im Idealfall zu verhalten. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass genau das nicht passiert. Also ich glaube, für ein endgültiges Urteil ist es noch zu spät. Zu früh. Ja, genau, Entschuldigung. Für ein endgültiges Urteil ist es natürlich zu früh. Nie zu spät. Prima ist es zu spät. Nein, aber es ist ja wirklich traurig. Aber insofern, ich will das noch nicht endgültig jetzt in Bausch und Bogen verdammen, was die hier vorhaben. Aber ich habe den Eindruck, mit dieser Politik, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, wird es einfach nicht gelingen, den nötigen Anreize zu setzen, damit die Menschen ihre Verhaltensweisen ändern. Und das ist doch genau das, was wir eigentlich jetzt seit Monaten in der Lage immer wieder durchdeklinieren. Es wird nicht gehen, ohne dass wir unser Verhalten ändern und auch bestimmte liebgewordene Gewohnheiten überboren. Ja, und vor allen Dingen all denen, die sagen, ja, aber es darf nichts kosten, muss man sagen, Leute, es kostet, wenn wir nichts tun. Und zwar richtig. Dann wird es richtig teuer. Das sieht man jetzt schon an so banalen Sachen, dass die Bundesrepublik wahrscheinlich Milliarden wird zahlen müssen für andere EU-Staaten, weil die Bundesrepublik ihre Klimaziele verfehlt. Ja gut, das ist ja noch, wenn man so will, noch einen menschengemachten Preis. Aber es gibt natürlich auch bestimmte, da könnte man ja noch sagen, na ja, dieses politische System ist halt Murks, das zahlen wir halt nicht mehr oder was immer man sich einfallen lassen könnte. Das Problem ist noch, dass die Klimawandelfolgen unfassbar teuer werden. Wir müssen ja noch nicht mal davon ausgehen, dass es jetzt in Europa mit einmal Hurricanes gibt. Das wäre ja so ein Extremfall. Aber alleine Flutprävention oder die Folgen von sogenannten Starkwetterereignissen, Hagelschlag, Stürme, diese ganzen Dinge werden so unfassbar teuer volkswirtschaftlich, dass es eine verdammt gute Idee wäre, jetzt etwas radikaler umzusteuern. Und das ist, wenn es denn so kommt, ja, dass es bei dieser Pille-Palle-Liste bleibt, Zitat aus der Süddeutschen Zeitung, habe ich mir nicht einfallen lassen, Süddeutsche Zeitung schreibt Pille-Palle, wenn es denn dabei bleibt, ja, dass man tatsächlich meint, man kann den Klimawandel verhindern, indem man niemandem wehtut, da muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre aus meiner Sicht ein krasser Fall von Demokratieversagen, von Politikversagen, denn man muss als Politikerin, als Politiker gerade ein kleines bisschen schlauer sein, als die Menschen mit ihrem Bauchgefühl. Man muss im Zweifel einfach eine Führungsrolle übernehmen und sagen, liebe Leute, es ist eigentlich schon nach zwölf und deswegen muss es jetzt wehtun, damit es nicht noch viel mehr Aua macht und da muss man eben dafür werben. Ja, man kann doch nicht nur Sonnenscheinpolitik machen die ganze Zeit und den Leuten nach dem Mund reden, man muss den Leuten auch mal sagen, das muss jetzt teuer sein, das muss jetzt wehtun, weil wir das sonst nicht hinkriegen. Und dass es schief läuft, das kann man sehen, Handelsblatt hat heute eine riesen Titelgeschichte gehabt, SUVs, boomen ohne Ende. Wir haben bald ein Bestand, Neuanmeldungen jedes Jahr, nicht Bestand, Neuanmeldungen jedes Jahr, eine Million SUVs, Neuzulassung. Ja, und das ist nicht der Bestand und das boomt ohne Ende. Opel, VW, Daimler, BMW sind da ähnlich, aber Opel macht 30 Prozent seines Gesamtansatzes mittlerweile mit SUVs. Also Panzer statt Corsa ist das Motto bei Opel. Genau, und der Opel-Chef wird in dem Artikel zitiert mit SUVs wachsen, wachsen und wachsen. Und die Autokonzerne bewerben SUVs und Geländewagenmodelle deutlich intensiver als andere Fahrzeugsegmente. Autoindustrie argumentiert, ja, die Leute wollen halt die SUVs. Ich denke, die Wahrheit liegt in der Mitte. Tatsache ist, ab nächstem Jahr 2000, oder was denkst du? Na, die Leute wollen halt auch das, wofür sie ständig Werbung sehen. Das ist doch nicht klar. Mit anderen Worten, wenn ich ständig Werbespots schalte für SUVs, dann wollen die Leute die irgendwann auch. Also das ist natürlich total lächerlich, wenn ein Chef eines Konzerns, der natürlich maßgeblichen Einfluss hat auf seine Werbekampagnen, sich hinstellt und sagt, die Leute wollen das halt. Also das finde ich ja völlig bezah. Wir haben damit gar nichts zu tun. Die Leute wollen das einfach. Gehen Sie weiter. Aber Philipp, bevor wir da jetzt so draufkloppen, finde ich, ist es schon irgendwie wichtig, dass wir nochmal ganz kurz erklären, wo denn das Problem ist mit SUVs. Was spricht denn gegen große Autos, wo man höher sitzt und vielleicht ein bisschen besseren Überblick hat? Ja, also bei diesen, also erstens, sie sind groß. Sie verbrauchen sehr viel mehr Platz als andere Autos in der Straße und anderswo. Das Unfallrisiko ist höher. Der Schaden, der durch die Unfälle angerichtet wird, ist höher als bei anderen Autos, weil sie Kinder am Kopf treffen, Erwachsene eher im Oberkörper als bei den Beinen. Und ganz entscheidend, der CO2-Ausstoß dieser Autos ist viel, viel, viel höher als bei anderen Autos. Warum ist das so? Weil sie schwerer sind, ja, einfach, weil sie größer sind, weil sie schwerer sind, mehr Leistung brauchen und mehr Kraftstoff verbrennen. Die liegen irgendwie so bei 200, über 200 Mikrogramm, nee, Gramm pro Kilometer. Während andere Autos halt irgendwie so bei, im Schnitt liegen wir bei 130 im letzten Jahr, Gramm pro Kilometer. Und jetzt im nächsten Jahr, 2020, sollen es im Schnitt 95 Gramm sein. Also diese SUVs liegen deutlich drüber. Außerdem verbrauchen sie natürlich viel Ressourcen, weil sie natürlich groß sind, mehr Material verbraucht wird. Und man fragt sich wirklich, für was? Damit die Leute höher sitzen, damit sie sich besser fühlen, damit sie ihren Status nach außen zeigen können. Und ich glaube auch, also nächstes Jahr gibt es diese schärferen Grenzwerte in der EU. Ich habe es gesagt, 95 Gramm, glaube ich, ist der Grenzwert. Wenn die Konzerne da im Schnitt, im Flottenschnitt drüber sind, dann drohen ihnen Milliardenstrafen. Deswegen müssen sie wahrscheinlich jetzt viel auf Elektroautos setzen. Ich glaube nur, diese Sanktionen und diese Grenzwerte sind ein wichtiger Schritt. Ich glaube aber, wir brauchen auch einen kulturellen Wandel. Und es gibt ja Leute, die den Leuten halt schon so Sticker an ihr Auto machen und sagen, euer Auto ist zu groß. Und ich würde sagen, das ist legitim und sollte verstärkt werden. Und zwar mit den Gründen, die du gerade genannt hast. Ja, mit den Gründen, die ich genannt habe, sprecht die Leute an, seid freundlich, seid höflich. Aber ich finde es legitim, SUV-Besitzer in ein Gespräch zu verwickeln und sich rechtfertigen zu lassen, sie unter Rechtfertigungsdruck zu setzen. Warum fahrt ihr so ein Auto? Und ich glaube, das Ziel muss sein, dass SUVs so ein schlechtes Image haben, wie Tabak und Zigaretten heute. Dass es einfach unangenehm ist, sich mit Tabak rauchend irgendwie hinzustellen. Jedenfalls nicht mehr cool. Und so ein Image brauchen diese SUVs. Ja, dann brauchen wir, meinst du, so einen gesellschaftlichen Imagewandel. So ein bisschen so nach dem Motto, hey, ein SUV ist Egoismus auf vier Rädern. Ein SUV fahren ist so cool, wie seinen Müll auf dem Bürgersteig abwerfen oder eben, keine Ahnung, im Auto mit geschlossenen Fenstern die Kinder passiv mitrauchen zu lassen. Ja, talking from knowledge. Also, wie gesagt, bleibt freundlich. Vielleicht beschuldigt ihr die Leute nicht gleich, sondern fragt, warum. Warum fahren sie denn so ein Auto? Warum fahren sie dieses Auto? Viel mehr CO2. Warum? So, höflich bleiben, bitte höflich bleiben. Und das gilt natürlich auch für elektrische SUV, muss man auch sagen. Die haben zwar weniger Emissionen, verbrauchen aber genauso viel Platz. Und wir haben ja heute häufig, wenn wir über sowas reden, das Feedback von euch, ja, auch E-Autos sind nicht emissionsfrei. Genau, und da haben wir jetzt mal ein bisschen nachgebohrt. Weil das ja eine Diskussion ist, die in den Lagekommentaren ständig geführt wurde. Und dann ging das immer so ein bisschen hin und her. Und wir wollten das einfach mal wissen, was ist denn da jetzt Phase? Weil wir ja durchaus hier und da E-Mobilität als eine Möglichkeit für einen Wandel hin zu einer CO2-freundlicheren Zukunft gesehen haben und auch durchaus angepriesen haben. Wollten wir einfach mal wissen, kann man das überhaupt so sagen? Philipp, was denkst du? Genau, also Denken ist das eine Institut für Umwelt und Energie in Heidelberg, kurz IFEU. Die haben halt eine Klimabilanz erstellt für Elektroautos. Der Kompaktklasse im Vergleich zu eben äquivalenten motorisierten Benziner und Diesels. Kompakt, das ist so die Golfklasse. Ja, glaube ich. Genau, das würde ich sagen, ist die Golfklasse. Und die haben festgestellt, ja, auch E-Autos sind nicht emissionsfrei. Batterieproduktion benötigt große Mengen an Energie. Rohstoffe wie Kobalt aus dem Kongo oder Lithium aus Bolivien. Ja, die E-Autos starten mit einem ökologischen Rucksack. Also wenn sie hier erst angemeldet und zugelassen werden, dann haben die schon ordentlich was in die Luft gepustet. Bei der Herstellung. Bei der Herstellung. Auch wenn sie mit Strom betankt werden, der nicht 100 Prozent öko ist, verursachen Elektroautos natürlich auch Emissionen. Aber bei batteriebetriebenen Autos stoßen weder CO2 direkt noch Schadstoffe aus wie andere Gifte. Elektromotoren sind zudem deutlich effizienter als Verbrenner, benötigen also insgesamt weniger Energie. Und die Klimabilanz, das sagen die ganz eindeutig, zentrales Ergebnis ist, in allen Fällen ist das Elektroauto auf den gesamten Lebenszyklus gerechnet klimaschonender unterwegs als ein Verbrenner. Und ganz entscheidend, wichtigster Faktor für diese Klimabilanz ist die Antriebsenergie. Also wie werden diese Dinger betankt? Und wenn man die mit Kohlestrom betankt, ist es natürlich doof, wenn du dein eigenes Solarding auf dem Dach hast oder sie mit Ökostrom betankst, dann wird die Bilanz noch besser. Das dazu. Soviel zum Thema Ökologie. Wir schauen noch einmal über den Ärmelkanal ins Vereinigte Königreich oder wie der Spiegel in seiner aktuellen Titelgeschichte K. lauert auf das Drama des unvereinigten Königreichs. Das fand ich eine sehr treffende Formulierung. Denn dort gibt in diesen Tagen Boris Johnson den Brexit-Hardliner, indem er nämlich den No-Deal-Brexit, also den Brexit ohne vertragliche Vereinbarung mit der Europäischen Union, bewusst einkalkuliert, wenn er ihn nicht sogar anpeilt. Die These ist so ein bisschen, die er öffentlich auch immer verkündet hat, ich fahre nach Brüssel und im Angesicht des No-Deal wird Brüssel schon nachgeben und wir werden dann bessere Deal-Konditionen irgendwie rausverhandeln. Das Problem ist nur, warum und wo sollte Brüssel denn bitte nachgeben? Ja, also ich glaube, diese Diskussion ist durch. Also vielleicht geben sie ein bisschen bei den Zahlungen nach, die Großbritannien noch zu leisten hat. Aber ganz sicher nicht beim freien Warenverkehr zwischen der EU und Irland, diesem Backstop, der allen Brexiteers so ein Dorn im Auge ist. Also und dann muss halt wieder eine Grenze zwischen Nordirland und Irland gezogen werden. Das wird auf gar keinen Fall passieren. Ich glaube, Boris, weiß ich nicht, weiß nicht, ob er sich was vormacht, aber den britischen Wählern, Wählerinnen und uns in der EU macht er auf jeden Fall was vor, wenn er glaubt, dass da noch was zu verhandeln ist. Also ich glaube, ich glaube, der appelliert halt, wie das Trump auch macht, der appelliert an seine Base. Der appelliert an diese ganzen Leute Leute in Großbritannien, die den Brexit wollen, wollen, wollen. Egal wie. Egal wie. Und die jetzt noch so ein bisschen bei der Brexit-Partei von Nigel Farage sind. Und jetzt kriegen sie ihren Boris, der für sie kämpft. Und alles andere ist ihm egal. So. Und das Parlament hat jetzt gesagt, machen wir nicht mit. No Deal wäre unverantwortlich. Und die haben jetzt halt, heute ist es dann durch das Haus des Lords, heißt der Lords gegangen. Und am Montag muss es bestätigt werden von der Königin. Also das Gesetz ist de facto durch. Nämlich ein Gesetz, was Johnson zwingt, eine Verlängerung zu beantragen, bis glaube ich 31. Januar 2020 des Brexit bei der EU, wenn er bis zum 19.10. keinen Deal hat. Und das ist nur deshalb passiert, weil 21 Tories aus der Fraktion der Tories sozusagen zur Opposition übergelaufen sind. und eben mit der Opposition a diese Tagesordnung verändert haben und b dieses Gesetz jetzt durchgewunken haben. Die Haus des Lords hat heute auch zugestimmt. Am Montag wird die Königin das abnicken. Und dann ist das so, dann muss er halt, wenn er bis zum 19.10. keinen Vertrag unter Dach und Fach hat oder das Parlament sagt, ja, wir stimmen für einen No Deal Brexit, was nicht passieren wird, muss er halt zur EU gehen und um eine Verlängerung bitten. Und er hat natürlich, muss man sagen, diese 21 Leute, die übergewechselt sind, nicht aus der Partei ausgeschlossen, sondern aus der Fraktion ausgeschlossen. Das sind jetzt, glaube ich, neutrale oder unabhängige Parlamentarier. So viel auch zum Demokratieverständnis von Boris Johnson, wo einfach Leute aus der Fraktion geworfen werden, weil sie mal nicht mit ihm gestimmt haben. Ja, das ist schon ein sehr interessanter Vorgang, zumal es sich ja jetzt auch nicht um irgendwelche Hinterbänkler handelt, sondern um sehr, sehr profilierte Mitglieder der konservativen Partei in Großbritannien, die teilweise seit Jahrzehnten im Unterhaus sitzen, ehemalige Minister, ehemalige Staatssekretäre, also wirklich, sagen wir, durchaus Menschen aus der Partei-Elite, die jetzt mit einmal rausgekegelt worden sind und die sich aber natürlich jetzt schon freuen auf die Zeit nach Boris Johnson. Also Boris Johnson, muss man dazu wissen, ist ja eben gerade nicht von den Parlamentariern ins Amt gewählt worden, sondern durch eine Umfrage bei der Basis der konservativen Partei. Und also bei mir drängt sich immer mehr der Eindruck auf, als wenn viele, viele klassische Tories, nicht fanatisierte Brexiteers langsam den Eindruck haben, dass man diese Phase Boris Johnson jetzt irgendwie noch über die Bühne bringen und überwintern muss und dass die im Wesentlichen hoffen, dass er sehr bald genauso schnell wieder verschwindet, wie er gekommen ist. Jedenfalls gibt aber Boris Johnson natürlich nicht auf. Er lehnt also weiterhin diesen Antrag auf Verschiebung ab. Er will einen Deal erreichen. Das ist aber natürlich alles nicht mehr so wahnsinnig realistisch, oder? Ja, genau. Ablehenden ist da so ein bisschen unentschieden. Er hat erst gesagt, also er liege ich tot im Straßengraben, bevor ich das verlängere. Dann wurde er nochmal gefragt, ob er dazu steht. Und dann hat er gesagt, hat er sich nicht nochmal dazu explizit bekannt, dass er dieses Gesetz nicht umsetzen will. Also das muss man mal abwarten. Ich glaube, was er ja will, worum es jetzt in den nächsten Tagen gehen wird, ist diese Frage der Neuwahlen. Also sowohl Opposition als auch Johnson wollen Neuwahlen. Die Frage ist, wann sollen sie stattfinden? Johnson will das unbedingt vor dem Brexit machen, damit er sagen kann, Leute, ich bin der Einzige, der euch diesen Brexit bringen wird. Wählt mich, auch um sich von dieser Brexit-Partei abzusetzen. Die Opposition will auf gar keinen Fall vor dem möglichen Brexit am 31. Oktober wählen, sondern sie wollen danach wählen, wenn der Brexit hoffentlich aus ihrer Perspektive verschoben wurde. Weil dann Johnson nämlich dasteht, als der, der den Brexit versprochen hat und nicht geliefert hat. Und dann sagen auch Umfragen, sind nämlich Labour und Tories ungefähr gleich auf. In diesem Fall, während Labour, während Tories eindeutig vorne liegen. wenn jetzt vor dem 31. Oktober gewählt werden würde. Und da muss man sagen, das System ist so komplex, ich wage da keine Prognose, wann und wie es da Neuwahlen geben wird. I don't know. Da würde ich auch sagen, dazu ist es in der Tat noch so ein bisschen zu früh. Wenn man jetzt mal einen Schritt zurücktritt, Philipp, wenn man sich jetzt mal anschaut, was da gerade abgeht in Großbritannien, da muss man schon ehrlich sagen, gibt es da noch eine ganze Reihe von Skurrilitäten zu beobachten. Beispielsweise haben ja die Menschen, die 2016 den Brexit gefordert haben, das sehr häufig damit getan, mit dem Argument getan, dass das Parlament, also das britische Parlament, endlich wieder Macht bekommen soll. Endlich soll quasi das Joch der Europäischen Union abgeworfen werden und Westminster wieder den Hut aufhaben im Vereinigten Königreich. Und genau diese Leute bekämpfen jetzt das Parlament, versuchen mit Tricks zu verhindern, dass das Parlament überhaupt einen Willen bilden und ausdrücken kann. Und all das im Namen des Brexit, mit den Zwangsferien, mit dem Parteiausschluss für die 21 Rebellen, weil sie einmal gegen die Regierung gestimmt haben. Und mit dem Marie Smog, der da offensichtlich provokant im Parlament schläft, er hat sich da hingelegt und im Parlament die Füße quasi auf die Bank gelegt, während die Debatte lief. Und was man nur als wirkliche Respektlosigkeit und Verachtung des Parlaments deuten kann. Ja, und das muss man sich mal vorstellen. Immerhin, was man ja immer in dem Staat, den man immer wieder so als das Mutterland der modernen Demokratie bezeichnet, gibt es jetzt immerhin prominente Unterstützer des Premierministers, die, muss man so deutlich sagen, die dem Parlament im Grunde so eine Art Stinkefinger zeigen. Sich da hinzulegen und zu pennen während einer laufenden Debatte, das lässt ehrlich gesagt nicht mehr so wahnsinnig viele Fragen offen. Der Spiegel bringt es auf die Formel, dass das Geburtsland der modernen Demokratie von Demokratieverächtern ausgehöhlt wird, die sich selbst aber natürlich als die einzig wahre Demokraten bezeichnen, mit der Begründung, dass sie das Brexit-Referendum als einzige wirklich treu umsetzen. Ja, und das Parlament, wie gesagt, die Rolle, ich bin froh, dass Sie das Heft da in die Hand genommen haben. Allerdings bleibt das Problem, Sie wissen nicht, was Sie wollen. Sie wissen nur, was Sie nicht wollen. Sie wollen jetzt eine Verlängerung, aber die macht nur Sinn, wenn es irgendeinen Plan gibt, was dann passieren soll. Und auch dazu hat sich das Parlament bisher nicht geäußert. Deswegen kann man, glaube ich, schon zu Recht von einigermaßen Durcheinander, wenn nicht sogar Chaos sprechen. Ja, und ich würde mal ganz ehrlich sagen, man muss auch, ich meine, das Parlament hat jetzt ja alles dafür getan, damit es wieder eine Verschiebung gibt, eine weitere, ich glaube, es ist inzwischen die dritte, oder wäre die dritte Verschiebung des Brexit, jetzt zum Stichtag 31.01.2020. Aber man muss sich ja schon mal ganz ehrlich die Frage stellen, bringt denn das jetzt eigentlich was? Die letzten Verschiebungen von dem ersten Brexit-Termin Ende März 2019, um jetzt kumuliert ja immerhin schon fast zehn Monate, haben ja ehrlich gesagt überhaupt keinen Erkenntnisfortschritt gebracht. Und sie haben eher zu einer Polarisierung des britischen politischen Systems geführt. Sie haben einen Populisten und Brandstifter wie Boris Johnson an die Macht gebracht. Also ich denke, diese Verschiebung als solche kann ja jetzt auch nicht die Lösung sein, sondern der Brexit-Knoten muss aus meiner Sicht jetzt endlich mal platzen. Und ich persönlich sehe da eigentlich nur die Chance zum einen in Neuwahlen. Möglicherweise kann ein anders zusammengesetztes Parlament einen klareren Willen bilden. Oder, was ich persönlich die wesentlich sauberere Lösung fände, ein zweites Referendum. Denn ein zweites Referendum, also wo man dem Volk noch mal die Frage vorlegt, wie es denn jetzt weiter vorgehen will, wäre doch eine Möglichkeit, halbwegs klare politische Verhältnisse zu schaffen, indem man nämlich drei Fragen stellt oder drei Optionen zur Abstimmung stellt. Es gibt ja im Grunde die Möglichkeit, Brexit canceln. Es gibt die Möglichkeit, das Brexit mit Deal, der ja letztlich schon ausgehandelt ist. Da wird sich nicht mehr viel tun. Und die dritte Möglichkeit ist der No-Deal-Brexit. Und ich denke, das wäre eine faire Möglichkeit, hier einfach noch mal das Volk zu fragen, was es denn jetzt will, oder Philipp? Ja, weiß ich nicht. Also ja, wenn man ein Referendum machen will, dann sicherlich jetzt deutlicher mit, sagen wir mal, unter Voraussetzungen, wo die Leute wissen, über was sie abstimmen. Ich finde nur, dass unter Umständen eine Wahl die bessere Möglichkeit wäre. Letztlich wäre es auch ein Referendum, aber es hat, finde ich, die eindeutig größere Legitimationskraft, als so wieder so ein Referendum einzuführen, was ja nicht so wirklich verankert ist, institutionell und demokratisch, sondern man sagt, wählt, es geht eh nur um Brexit, ja oder nein, und dann könnt ihr euch entscheiden. Das finde ich, glaube ich, die saubere Methode. Weil sonst hast du wieder, sonst hast du wieder, dann gibt es demnächst eine Wahl und du hast dann wieder irgendein Referendum, was dann konträr steht zu jener Partei, die da gewählt wurde und so weiter. Und du hast wieder diese konkurrierenden Legitimationspunkte, um die sich was rumkristallisieren kann. Ja, ich weiß nicht, die hast du ja, also ich sehe dieses Problem, sag gleich noch einen Satz dazu, aber ich glaube, dass sich dieses Problem, das geschaffen wurde durch ein Referendum, nur noch mit einem Referendum wieder lösen lässt. Du hast natürlich recht, eine Wahl zum Unterhaus wäre jetzt de facto auch ein Referendum, nämlich über die Brexit-Frage. Denn Boris Johnson würde es sicherlich zu einem Referendum hochstilisieren. Aber das große Risiko ist natürlich, dass das dann wiederum nicht zu einem Parlament führt, das quasi einen Weg vorzeichnen kann, der dann auch tatsächlich funktioniert. Das ist ja die Situation, die wir jetzt haben, mit dieser doppelten oder gespaltenen demokratischen Willensbildung. Das Volk hat zwar für einen Brexit gestimmt, aber es hat nicht gesagt, wie der ablaufen soll. Für die denkbaren Varianten des Brexit gibt es jeweils keine Mehrheit im Parlament. Weder für einen No-Deal-Brexit noch für einen Deal mit Brüssel gibt es eine Mehrheit. Und das ist das Problem. Du hast ein Referendum, das sagt etwa, was passieren soll, aber nicht genau. Und das Parlament kann diese, wie soll ich sagen, dieses Entscheidungsvakuum nicht füllen. Und ich glaube, dass das durch Parlamentswahlen aufzuheben ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Weil das Problem ist, dass es da diesen einerseits unglaublich lauten Willen des Volkes gibt, der im Referendum zum Ausdruck gekommen ist, aber dieser Wille des Volkes nuschelt. Er ist zwar laut, aber er nuschelt. Er sagt nicht klar, was er will. Und ich glaube, dass wir deswegen aus dieser gespaltenen Legitimation nur rauskommen, indem man das Volk einfach mal zwingt, nicht nur laut zu sein, sondern auch klar und präzise zu formulieren, was es denn tatsächlich will. Also, aber gut, klar. Also, abgesehen von diesem Einzelfall bin ich persönlich spätestens seit dem Brexit-Referendum der Meinung, Volksabstimmungen sind eine Riesenkatastrophe. Nur wir kommen jetzt, wo wir einmal in diese Sackgasse geraten sind, nicht mehr raus aus der Nummer, glaube ich. Vielleicht. Ulf, wir müssen Schluss machen. Ich muss dringend los. Okay, dann würde ich sagen, ist die Lage-Nation abschließend und außerordentlich umfassend erörtert. Es ist auch schon spät abends am Freitag. Schön, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch ein tolles Wochenende. Kommt gut in die neue Woche und wenn euch die Lage gefällt, spendet uns ein paar Sternchen bei iTunes. Okay, bis dann. Und wir hören uns die Tage. Bis dann. Tschüss. Tschau.